Willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 154 vom 23. August 2019 und an den Mikrofonen begrüßen euch wie in jeder Woche Ulf Burmeier, das bin ich und mir gegenüber sitzt Philipp Bannse, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, wie gewohnt am Anfang ein paar Hausmitteilungen, das Boot hat Lage würde ich sagen. So sieht es aus. Wir sitzen nämlich auf einem kleinen Hausboot im Hafen nahe des Chaos Communication Camps. So sieht es aus, der Chaos Computer Club veranstaltet ja jährlich einen großen Kongress in den letzten Jahren in Leipzig und alle vier Jahre gibt es als besonderes Highlight ein Sommercamp, ein Hacker Sommercamp, das findet jetzt zum zweiten Mal statt hier in Mildenberg, das ist bei Zedenik im Norden Berlins auf dem schönen Gelände des Ziegeleiparks und da hat die Gesellschaft für Freiheitsrechte ein Hausboot gemietet. Wir bieten so Freedom Cruises an und Philipp und ich sind hier zu Gast auf dem Hausboot und nehmen die Lage auf. Ja, der Hinweis, nächste Woche sind wir ja in Hamburg ausverkauft, Livestream wisst ihr, planen wir und wollen wir euch anbieten. Abos dazu gibt es unter Küchenstudio Plus, da werdet ihr das finden und jetzt kommt noch eine ganz wichtige Sache, die wir lange geplant haben und die uns sehr, sehr am Herzen liegt und zwar veranstalten wir eine Umfrage. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, ich kann ihn hier auch nochmal sagen, umfrage.audio-lage. Der Hintergrund ist, dass wir euch besser verstehen wollen, also wir überlegen uns natürlich die ganze Zeit, wie können wir die Lage verbessern, welche Themen interessieren euch, welche Themen interessieren euch nicht, wie sitzt das mit den Interviewpartnern, wie ist das mit der Werbung, wie ist das mit der Länge, kürzer, wie ist das mit den Kapiteln etc. Wir kriegen da viel Feedback von euch in den Kommentaren und auch auf der Lage live und so, aber wir hätten wirklich gern einmal so ein, auch so eine halbwegs valide, repräsentativ ist es ja nicht, aber wirklich eine größere Beteiligung von euch in einem größeren Umfang, aus der wir wirklich belastbarere Informationen darüber kriegen. Genau und deswegen wäre es auch toll, wenn wirklich möglichst viele unserer Hörerinnen und Hörer sich diese paar Minuten Zeit nehmen, ich habe selber durchgeklickt, bis in ein paar Minuten ist es wirklich gemacht und es ist so quasi eure Chance, im Grunde uns eure Wünsche zu übermitteln. Wie ihr gerne die Lage hättet, was wir besser machen können, wir fragen zum Beispiel danach, welche Themen euch super gefallen haben oder auch welche Themenblöcke in den vergangenen Folgen euch nicht so gut gefallen haben, einfach um so ein bisschen repräsentatives Feedback zu bekommen, also repräsentativ natürlich nicht für die gesamte Bevölkerung, aber das ist ja auch für uns nicht so spannend, also repräsentativ ist für uns ja, was die Menschen gut finden, die uns gerne hören. Natürlich interessiert das auch unseren Vermarkter, ganz klar, die ASS, also die auch für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk, die Werbung vermarktet, die machen das ja auch für uns, natürlich interessiert ihr das auch, aber wir haben sehr viele Fragen da mit reingeflochten, die uns unglaublich am Herzen liegen und wir hatten das eh schon mal vor, das selber zu machen und dann kamen die und hatten auch ein paar Fragen und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt nicht zwei, sondern dann machen wir jetzt eine und die, wie gesagt, findet ihr unter Umfrage.audio-Lage, bitte, bitte macht mit, das Ding läuft mindestens zwei Wochen oder über zwei Wochen, das habe ich jetzt hier. Ja, aber macht es am besten gleich, denn da habt das weg, denn sonst gerät das irgendwie unter die Räder, also wäre wirklich ganz toll, ganz einspannender Punkt ist übrigens auch noch eure Postleitzahl, natürlich wollen wir euch nicht tracken oder rausfinden, wer ihr seid oder so, sondern für uns ist spannend, wo die Lage Hörerinnen und Hörer eigentlich leben, weil wir natürlich unsere Lage-Live-Shows möglichst so anbieten wollen, dass sie quasi bei euch vor der Haustür stattfinden. Insofern, wenn ihr da nicht krasses Datenschutzbedenken habt, dann gebt bitte die Postleitzahl an, wie gesagt, nochmal das Versprechen, dass wir da jetzt nicht irgendwie versuchen rauszufinden, wer ihr seid. Und ich denke, die Ergebnisse können wir dann auch veröffentlichen. Ja, genau, das machen wir natürlich, insofern auch für euch spannend, was da eigentlich bei rausgekommen ist. Dann noch kurzer Hinweis, wir haben auch ein Alexa-Skill, das hatten wir damals bekannt gegeben, als wir das veröffentlicht haben, gibt hin und wieder mal Wortmeldung, krass, ihr habt ja einen eigenen Alexa-Skill, ja, haben wir, könnt euch installieren, wird von unserem Server geladen, also die Statistiken bleiben dann unterhalten. Werbung. Und die Recherchen haben letztes Jahr mehrere Monate gedauert und das Ergebnis dieser Recherchen, das könnt ihr euch jetzt im Hit-Podcast von Wondery anhören, Titel Dr. Tod. Erst gab es ihn nur auf Englisch, jetzt gibt es ihn auch auf Deutsch. Warum haben dem Arzt so viele Menschen vertraut und warum so viele Menschen von ihm misshandelt, bevor er gestoppt werden konnte? Dr. Tod gewährt tiefe Einblicke in die Maschinerie des Gesundheitssystems, was dabei schief ging, warum die Patienten nicht geschützt wurden und warum er so spät gestoppt werden konnte. Über sechs Episoden hinweg könnt ihr grauenvolle, wirklich grauenvolle Geschichte von überlebenden Patienten hören, von den Ärzten, die versuchten, den Mörder zu stoppen. Abonniert Dr. Tod auf Apple Podcasts, bei Spotify oder wo ihr sonst auch immer eure Podcasts hört. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Wir danken Wondery für die Unterstützung. Werbung Ja und da sind wir wieder und starten gleich hinein in unser erstes Thema. Da richten wir den Blick in dieser Woche nach Deutschland, in die Innenpolitik und insbesondere auf die Vorsitzende der Christlich Demokratischen Union Deutschlands, Annegret Kramp-Karrenbauer. Die in dieser Woche gleich mit zwei Themen so ein bisschen die Zeitungen bestimmt hat. Zum einen in ihrer Funktion als CDU-Vorsitzende und zum anderen in ihrem Zweitjob, Nebenjob, Hauptjob, wer weiß es, als Bundesverteidigungsministerin. Zunächst aber zu ihrer Rolle als Vorsitzende der CDU. Dort hat sie nämlich ein Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe geführt. Und da ging es um die Frage, ob Hans-Georg Maaßen, der ehemalige Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, noch weiter CDU-Mitglied sein sollte. Und da sagte Frau Kramp-Karrenbauer, Zitat, es gibt aus gutem Grund hohe Hürden, jemand aus der Partei auszuschließen, aber ich sehe bei Herrn Maaßen keine Haltung, die ihn mit der CDU noch wirklich verbindet, Zitat Ende. Und dann ergänzte sie noch, es ist das gute Recht, jedes Mitglied seine Meinung zu äußern, der Versuch aber, eine gänzlich andere Partei zu schaffen, stößt auf meinen allerhärtesten Widerstand, Zitat Ende. Sie sagt, die CDU hält es aus, wenn unterschiedliche Meinungen geäußert werden, aber die CDU ist auch eine Partei, die von einer gemeinsamen bürgerlich-konservativen Haltung getragen wird. Eine Politik unter dem Deckmantel der CDU zu machen, die den politischen Gegner vor allem in den eigenen Reihen sieht, wird dieser Haltung nicht gerecht, Zitat Ende. Genau, und dann hat sie nochmal nachgelegt, ganz konkret zur Personalie Maaßen, indem sie nämlich meinte, als ehemalige Innenministerin des Saarlands sei sie froh, Zitat wieder, dass Herr Maaßen keine Verantwortung mehr für den deutschen Verfassungsschutz hat. Ich meine, diese Freude teilen wir, denke ich hier, Philipp, aber man würde ja trotzdem denken, wenn man das alles so hört, dann kann man das kaum noch anders lesen, als dass sie damit jedenfalls ihren Wunsch ankündigt, Hans-Georg Maaßen aus der CDU auszuschließen. Denn das sind ja schon sehr deutlich kritische Positionen. Es ist zwar ziemlich unüblich, darüber öffentlich zu reden, also normalerweise macht man das einfach, beziehungsweise stellt einen solchen Antrag. Wir kommen gleich noch zu dem Verfahren, das da einzuhalten ist. Ja, aber wenn man denn weiß, was man tut und wenn man sich dann entschieden hat, dann ist es durchaus okay, das so bekannt zu geben, denke ich mal. Ja, also man kann das, denke ich, nicht anders verstehen, als würde sie das zumindest gut heißen. Wie ernsthaft sie das jetzt vorantreibt, das weiß ich nicht, aber dass man diese Zeilen nicht anders verstehen kann, denke ich, leuchtet zumindest ein, ist nachvollziehbar. Maaßen hat ja auch reagiert, er wundert sich, dass solche Gedankenspiele öffentlich geäußert werden, sehe dem Parteiausschlussverfahren gelassen entgegen, aber er hätte halt nicht gedacht, dass ihn diese Hürden, diese vermeintlich hohen Hürden auch einmal schützen müssten. Ja genau, also er meint nämlich, nicht er habe sich von den Positionen der CDU entfernt, sondern die Partei sei unter der früheren Parteivorsitzenden Angela Merkel weit nach links gerückt, so Hans-Georg Maaßen. Nun gab es an dieser Ankündigung der vermeintlichen oder tatsächlichen von AKK in dem Interview offenbar parteiintern erhebliche Kritik, jedenfalls hat sie wenig später zurückrudern lassen, das hat sich jetzt nicht selber getan, sondern Paul Ziemiak, Generalsekretär der Union und quasi so in den meisten Parteien sind die Generalsekretäre ja so quasi die Damen und Herren fürs Grobe. Die Kampfschweine, die Kampfschweine, wenn man so will. Paul Ziemiak hat also getwittert, O-Ton, AKK fordert keinen Parteiausschluss von Maaßen, in der CDU als Volkspartei der Mitte mit über 400.000 Mitgliedern werden unterschiedliche Meinungen vertreten und das ist auch gut so. Und CDU-Vorstandsmitglied Johann Wadephul sekundiert, die Abgrenzung, also gemeint ist die Abgrenzung von Maaßen, ist vollkommen richtig und notwendig, aber Kramp-Karrenbauer habe, Zitat, richtigerweise kein konkretes Ausschussverfahren angekündigt. Ebenso äußerte sich Marco Wanderwitz aus Sachsen, zwar sei eine klare Haltung gegenüber Maaßen langsam nötig und er betreibe auch aktiv die Annäherung an die AfD, eine extremistische Partei und das sei auch gegen die Grundwerte der Union, aber trotzdem wollte auch Herr Wanderwitz nicht klar einen Ausschluss fordern. Mit anderen Worten, AKK ist wieder einmal vorgeprescht in einem Interview und dann massiv zurückgerudert und ich weiß nicht, Philipp, wie wirkt es auf dich? Da ist ja immer so die Frage, also bei ihrem Handeln steht ja einerseits der konkrete Posten im Hintergrund, Vorsitz der CDU, Verteidigungsministerin, aber natürlich passiert das Ganze auch vor dem Hintergrund, dass sie als sehr wahrscheinlich und aussichtsreiche Nachfolger von Angela Merkel gehandelt wird. Sie ist nicht irgendwer. Zu vermitteln, wenn es denn da irgendwie Nachfrage gibt oder in Afrika, in Mali oder so, also das stellt sich schon die Frage und da das jetzt ja zum wiederholten Mal passiert ist, dass sie irgendwas gesagt, dass sie das doch nicht so gemeint haben will und andere ruderten zurück und dann machen die doch nicht, ist das Bild nicht das Beste? Ja, das würde ich ebenso sehen, Philipp. Also mich hat das sehr irritiert. Also ich muss gestehen, ich glaube in der Sache ist eigentlich beides vertretbar. Man kann sagen, Maaßen sollte ausgeschlossen werden, man kann sagen, das ist falsch. Da gibt es gute Gründe dafür und wir kommen gleich auch noch zu der Rechtslage, denn man kann ja auch eben Menschen nicht so nach Gusto mal eben frei nach Schnauze aus einer Partei ausschließen. Da gibt es sehr strenge rechtliche Anforderungen, kommen mir gleich noch zu. Aber zumindest würde ich tatsächlich von AKK, die eben doch Kandidatin ist für wahrscheinlich das wichtigste Staatsamt in Deutschland, würde ich doch einfach erwarten, dass sie zunächst mal sich überlegt, welche Position habe ich denn eigentlich? Was möchte ich denn eigentlich? Und dass sie dann diese Position halbwegs klar vertritt oder, wenn sie das nicht möchte, einfach zu diesem Thema nicht öffentlich Stellung bezieht. Also ich finde es zum Beispiel total legitim, wenn sie in ihrer Funktion als Parteivorsitzende sich zu der Frage gar nicht äußert, man intern ein Parteiausschlussverfahren betreibt, die entsprechenden Beschlüsse vorbereitet und erst wenn es einen solchen Antrag des Bundesvorstands der CDU zum Beispiel gäbe, diesen dann mit einer Pressemitteilung verbreitet. Sie muss ja durchaus nicht in einem Interview überhaupt dazu Stellung nehmen. Aber wenn sie das tut, dann würde man erwarten, denke ich, dass sie klar kommuniziert, was sie dann auch durchhält. Und hier ist es so, sie rudert ganz deutlich in diese Richtung, wir sollten ihn ausschließen und dann gibt es irgendwie Ärger in der Union. Wer da genau gegengesteuert hat, ist nicht so richtig öffentlich geworden. Jedenfalls rudert sie dann nur ein, zwei Tage später massiv zurück. Und das finde ich, das sieht nach Wischiwaschi aus, Philipp. Und das passt für mich persönlich nicht so richtig zum Stellenprofil über der Bundeskanzlerin. Nicht so wirklich. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist dieses Parteiausschlussverfahren denn so ein hohes Ding? Ich meine, man könnte ja flapsig formulieren, naja gut, die Union, SPD, eine Partei ist halt ein Verein und die können selber entscheiden, wer bei ihnen mitspielen darf oder nicht. Aber nun ist das mit dem Ausschluss von Mitgliedern aus Parteien nicht so einfach, denn Parteien sind nicht eben irgendwie ein Verein, sondern die haben eine ganz zentrale Rolle bei der demokratischen Willensbildung. Und wenn man da Leute einfach rauswerfen könnte, dann wäre deren Mitwirkung an diesem demokratischen Willensbildungsprozess eben mindestens massiv behindert. Ja, ganz genau. Man sieht ja schon, dass das Bundesverfassungsgericht da auch die Parteien in so einer Art Spannungsfeld sieht. Also auf der einen Seite gibt es eben so die Bedürfnisse nach innerparteilicher Demokratie und auch Minderheitenschutz. Das heißt also, Parteien können nicht nach dem Führerprinzip organisiert werden, sondern die Meinungsbildung muss im Prinzip von unten nach oben passieren. Das passiert natürlich in den deutschen Parteien, wie soll ich sagen, sehr unterschiedlich demokratisch. Das weiß man. Es gibt Parteien, die sind eher straff geführt. Dafür ist die CDU, denke ich, ein gutes Beispiel. Es gibt Parteien, die sind eher basisdemokratisch organisiert. Die Piraten haben das ja mal extrem probiert, aber auch die Grünen geben sich dafür Mühe. Das heißt, das kann man unterschiedlich ausgestalten mit der innerparteilichen Demokratie, aber im Prinzip muss es sie geben und es muss einen Schutz für Minderheiten geben. Und das Bundesverfassungsgericht hat das im Jahr 2002 mal sehr schön durchdekliniert am Beispiel eines Falles, wo zwei Mitglieder von Scientology aus der Union geflogen waren und die haben dann geklagt dagegen und letztlich vor dem Bundesverfassungsgericht verloren. Und da hat das Gericht mal so dieses Spannungsfeld nochmal so richtig aufgemacht. Da gibt es ja auf der einen Seite, also das ist so, das verstehe ich das zumindest, auf der einen Seite den Pol der Parteienfreiheit, Artikel 21 Grundgesetz, Absatz 1, wonach Parteien eigentlich unabhängig vom Staat funktionieren sollen. Ja, die Meinungs- und Willensbildung des Volkes muss grundsätzlich staatsfrei bleiben und Parteienfreiheit umfasst danach sowas wie freie Wahl der Rechtsform, innere Organisation, auch so Zielsetzung der Partei, Name, Satzung, Programm. Das kann alles die Partei mehr oder weniger alleine entscheiden. Die Teilnahme an Wahlen sowie die Verfügung über Einnahmen und Vermögen, das zählt auch zu dieser Parteienfreiheit, da muss sich der Staat auch weitgehend raushalten. Und eben auch die freie Entscheidung über Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern. Das fällt auch, im Grundsatz fällt das unter die Freiheit der Parteien, unter die Handlungsfreiheit. Ganz genau, das ist eben dieser Artikel 21 Absatz 1, du hast ihn schon zitiert. Der Witz ist nur, dass auch dem einzelnen Mitglied einer Partei diese Betätigungsfreiheit, die politische Betätigungsfreiheit aus derselben Grundgesetznormen zusteht. Das heißt, derselbe Artikel des Grundgesetzes schützt zum einen die Parteien in vielerlei Hinsicht, unter anderem bei der Frage, wen wollen wir aufnehmen und wen wollen wir ausschließen. Auf der anderen Seite aber hat das einzelne Mitglied einer Partei aus dieser Norm heraus auch Rechte. Diese Norm sagt im Prinzip, dass die Parteien an der politischen Willensbildung des Volkes mitwirken und ohne Partei kann man eben kaum wirklich mitwirken an der politischen Arbeit in Deutschland. Weil klar, als einzelner Kandidat im Bundestag zum Beispiel hat man nicht so wahnsinnig viel zu melden, wenn man sich nicht einer Fraktion anschließen kann, um nur eines von vielen Beispielen zu bilden. Das ist so das Spannungsfeld. Parteien sollen das eigentlich alleine entscheiden können, aber die einzelnen Menschen können sich politisch im Grunde nicht einbringen, ohne in einer Partei zu sein. Und deswegen regelt das Parteiengesetz diesen Ausschluss auch relativ streng. Es sagt nämlich in § 10 Absatz 4, dass ein Mitglied nur dann aus der Partei ausgeschlossen werden kann, wenn es, Zitat, jetzt vorsätzlich gegen die Satzung oder erheblich gegen Grundsetzung oder Ordnung der Partei verstößt und ihr damit schweren Schaden zufügt. Es ist also nicht einfach nur so, du nervst, du gehst jetzt, sondern man muss tatsächlich sich quasi gegen die Partei schwer versündigt haben und das kann auch nicht einfach der Vorstand entscheiden, der kann einen Antrag stellen, aber die eigentliche Ausschlussentscheidung trifft dann ein Parteischiedsgericht und dagegen muss es sogar ein Rechtsmittel geben und die Entscheidung des Schiedsgerichts muss schriftlich begründet werden. Also es gibt dann relativ strenges, formales Verfahren. Genau und das Parteienstatut der CDU wiederholt, also übernimmt diese Grundsätze aus dem Parteiengesetz, sagt dann aber noch konkreter und fordert parteischädigendes Verhalten für einen Parteiausschluss, insbesondere Konkurrenz bei Wahlen, also wenn Parteimitglieder der eigenen Partei bei Wahlen Konkurrenz machen, Mitgliedschaft in konkurrierenden Organisationen, nicht Mitgliedschaft in der CDU-Fraktion. Also wenn du dich wählen lässt und dann aber nicht in die CDU-Fraktion gehst, also auf ein CDU-Ticket wählen lässt, dann aber der Fraktion nicht beitritt. Dann kannst du auch ausgeschlossen werden. Sagen wir so, das ist jedenfalls parteischädigendes Verhalten, ob du dafür rausfliegst, nächste Frage. Aber dann weiter gilt als parteischädigendes Verhalten auf Veranstaltung der Konkurrenz, die CDU-Position zu kritisieren, vertrauliche Informationen zu verraten, Gelder zu veruntreuen. Also schon so die sieben Todsünden, die man im politischen Geschäft begehen kann, genau und ich habe es eben schon erwähnt, den Antrag auf Parteiausschluss kann dann Kreisvorstand, Landesvorstand oder Bundesvorstand stellen, da gibt es noch so ein paar Details. Wahlregelung und die Entscheidung trifft darüber ein Parteigericht und diese Parteigerichte sind tatsächlich auch nach bestimmten Bestimmungen im Parteiengesetz relativ unabhängig. Also die dürfen nicht zu eng gebunden sein an die Partei und die Unabhängigkeit der Schiedsgerichte muss gesichert sein und es gibt auch noch so bestimmte rechtsstaatliche Standards für das Verfahren. Also das sind zwar Parteiinstitutionen, diese Parteigerichte, aber das sind nicht staatliche Gerichte, aber sie sind von der Partei hin recht unabhängig und haben ein Verfahren und nach diesem parteigerichtlichen Verfahren gibt es dann auch noch eine Überprüfung durch staatliche Gerichte. Dafür sind die Zivilgerichte zuständig, weil Parteien so ähnlich organisiert sind wie Vereine. Deswegen ist es letztlich ein zivilrechtlicher Streit zwischen zwei Privaten, also zwischen der Partei und dem Mitglied und das können staatliche Gerichte nochmal überprüfen, aber diese Überprüfung ist tatsächlich begrenzt auf so eine Art Willkühlkontrolle. Also da sagt das Bundesverfassungsgericht in dieser Scientology-Entscheidung von oben, da geht es nur noch um die Einschätzung, ob ein bestimmtes Verhalten einen vorsätzlichen Verstoß gegen die Satzung und so weiter und so weiter bedeutet, ist den Parteien vorbehalten. Das heißt, diese Bewertung macht das Parteiengericht und die staatlichen Gerichte prüfen dann nur noch, ob der Ausschluss überhaupt nicht mehr nachvollziehbar ist. Also die Formulierung ist dann, der darf halt nicht grob, unbillig oder willkürlich wirken. Und deswegen muss man sagen, also Hans-Georg Maaßen einfach mal so raus zu kegeln aus der Union, das wird nicht so ganz einfach. Schon gar nicht mit so einem halbgaren Interview-Halbsatz. Also das, was AKK da gesagt hat, ist natürlich irgendwie total weich. Also wenn überhaupt, müsste sie einen Antrag des Bundesvorstands der Union zum Beispiel herbeiführen, das wäre natürlich möglich, aber selbst dann wäre das ein langes Verfahren. Dann müsste ein Parteigericht der Union entscheiden, da gäbe es nochmal eine Berufungsinstanz und dann könnte man… Kämme auch zum Fall Sarrazin. Genau, käme auch zum Fall Sarrazin hat auch das ewig gedauert und es ist jetzt nicht so, dass nur die CDU Probleme hätte mit rechtsabdriftenden Mitgliedern. Sarrazin ist ja für die SPD mindestens genauso ein Stachel im Fleisch und wir wollten mit diesem Block nochmal deutlich machen, also das ist nicht so einfach mit dem Parteiausschlussverfahren, das ist ein komplexes Verfahren und das dauert insbesondere auch relativ lange. Aber wenn man jetzt mal zurückschaut, was denkst du Philipp, wenn man diese Maßstäbe, was sind mit der schweren Schädigung und so, wenn man das zugrunde legt, ist das schon soweit? Hat Maaßen tatsächlich quasi schon zum Beispiel der Union Konkurrenz gemacht? Fördert er durch sein Verhalten de facto die AfD? Naja, wenn man so seine Twitter-Timeline anguckt, ist das schon nah dran. Mhm. Ja. Weiß nicht, ob er auf irgendwelchen AfD-Veranstaltungen schon aufgetreten ist. Nee, aber bei der Werteunion, was ja so der Kreis der Union ist, der… Ist immer schwer zu sagen, das ist so auch die Frage des Selbstverständnisses dieser Union oder dieser Volksparteien, ne, die war ja immer das Selbstverständnis ganz lange, Volkspartei ist eben eine Partei, die möglichst viele Schattierungen aus der Bevölkerung in sich aufnimmt, ja, integriert, um eben im Fall der Union weiter rechtsstehende Parteien zu verhindern. Ja genau, keine demokratische Partei rechts von uns, war immer so die These, ne, und das hat aber jetzt ja im Grunde schon mal nicht geklappt. Die Frage ist halt einfach, wie geht man damit um? Also meine persönliche These ist, dass man, wenn man, genau wie du es gemacht hast, Philipp, mal in der Summe betrachtet, wie sich Maaßen äußert, reicht das, denke ich schon, um die Annahme parteischädigenden Verhaltens zu begründen. Einfach, weil viele seiner Äußerungen eben extrem nah an Forderungen der AfD liegen, weil vieles davon eindeutig fremdenfeindlich ist. Also er kleidet das dann ja immer so in Formulierungen, die so klingen, als ging es ihm nur darum, den Rechtsstaat zu verteidigen und die innere Sicherheit zu verteidigen. Aber in der Sache ist das schon von rassistischen und fremdenfeindlichen Stereotypen geprägt. Also insofern denke ich, kann man sehr gut begründen, warum das nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes steht, was Maaßen da so von sich gibt. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich auch sagen, wir dulden das, eben zum Beispiel mit dieser Motivation zu zeigen, die Union hat auch eine nationalkonservativ bis extrem rechte Seite. Aber will man das? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Will man der AfD dadurch Konkurrenz machen, dass man so eine Art AfD-ähnlichen Flügel in der Union duldet, Stichwort Werteunion? Oder will man die Abgrenzung dadurch vollziehen, dass man sagt, ihr gehört einfach nicht mehr dazu, Maaßen nicht und so manch anderer aus der Werteunion auch nicht? Ich glaube, das ist die Frage, um die kommt die Union mittelfristig nicht herum. Genau, einerseits, das hast du ja gesagt, es ist eben, sagen wir mal, soll dieser Parteiausschluss eben nicht so einfach gehen, soll nicht einfach so einer politischen Stimmung entspringen. Aber ich denke, wenn man das so rum aufzieht, wenn man erst schaut, sind die rechtlichen Kriterien erfüllt, dann ist es ja immer noch eine Ermessensentscheidung, ob die politische Führung einer Partei sagt, ja, wir versuchen das, wir sehen das so, wir regen dieses Verfahren an. Oder nicht? Und ich glaube, an diesem Punkt ist die Union jetzt und das ist eben die ganz zentrale und interessante Frage. Die SPD hat es mit Sarrazin gemacht, schlecht bekommen ist es ihr nicht. Und ich würde schon sagen, dass du bei solchen Leuten, die sich offensichtlich rassistisch und menschenfeindlich verhalten, sagen musst, wir wollen euch hier nicht. Und zwar Volkspartei hin und her, strategische Integration von Rechten hin und her, aber weiß nicht, wenn ich CDU-Mitglied wäre, würde ich glaube ich sagen, solchen Leuten will ich nicht in einer Partei sein. Dann soll sie gehen. Also ich denke auch, insofern, und wenn man das aus diesem Licht betrachtet, finde ich, wird die Entscheidung oder diese Formulierung oder diese Interviewpassage von AKK immer schwächer eigentlich. Aus so einer politischen Perspektive bewertet, denn das ist eine entscheidende Frage, die sie berührt, aber sie muss sie für sich entscheiden, bevor sie rumeiern. Ja, sie denkt eigentlich laut nach in so einem Interview, was ja auch hinterher, in aller Wahrscheinlichkeit nach, wir wissen jetzt nicht genau, aber nach allen Praktiken des heutigen Journalismus in Deutschland hat sie dieses Interview autorisiert. Das heißt, sie hat es gegeben, es wurde verschriftlicht, ihr oder ihren Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen vorgelegt, die haben Haken drunter gemacht, eventuell Dinge verändert, zurückgeschickt, dann wurde es veröffentlicht. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn du sagst, das sollten wir, glaube ich, in meinen Augen, in meinen Augen eine totale Unsitte im deutschen Journalismus. In England ist das so, gesagt, gesagt, du weißt, dein Gegenüber ist Journalist, Journalistin, dann musst du damit rechnen, du redest mit ihm und dann wird es veröffentlicht. Erst recht, wenn du ein Interview gibst, aber so wird es in Deutschland in aller Regel praktiziert. Für diesen Fall wissen wir es nicht genau, aber es ist davon auszugehen. Und insofern wundert es gleich dreimal. Ja, das muss man sagen, das ist vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal ein wichtiger Punkt, diese Autorisierung, das ist vielleicht nicht allgemein bekannt. Das bedeutet, dass ein Interview, das mit einem Medium geführt wird, also das ist natürlich ein bisschen was anderes beim Fernsehinterview irgendwie, wo dann nur so ein Schnipsel gesendet wird, den man irgendwie nach einer Veranstaltung mal eben so in die Kamera sagt. Aber so ein Interview, das in der Zeitung verschriftlich erscheint, das ist eben quasi gegengelesen, im Zweifel mehrfach gegengelesen und unterschrieben. Das heißt, das ist nicht eine spontane Äußerung von AKK, das ist eine ganz bewusste Kommunikation an die Öffentlichkeit, die sich hier getan hat und da in einer solchen Frage rumzueiern. Wie gesagt, die Frage ist inhaltlich offen, wir haben dazu, denke ich, eine gewisse Meinung, was aus Sicht der Union klug wäre, aber die kann man so oder so entscheiden. Aber ich denke, als Vorsitzende einer so großen Volkspartei, die da an einer kritischen Frage ist, müsste sie die Frage eigentlich für sich entscheiden und dann auch so ein bisschen Führungsfunktion übernehmen. Stattdessen hat sie im Grunde ein wildes Geschnatter ausgelöst in ihrer Partei zum Thema Maaßen. In einer zweiten Frage hat sie auch Klarstellung bezogen und zumindest aus ihrer Perspektive einen Punktsieg eingefahren. Sie hat eine nicht ganz neue Idee vorgetragen, aufgewärmt und jetzt, so wie es aussieht, in die Realität umgesetzt. Nämlich, sie hat gefordert und durchgesetzt, dass Soldaten der Bundeswehr ab dem 1. Januar des nächsten Jahres 2020 gratis mit den Zügen der Deutschen Bahn fahren können. Konkret heißt das, Soldaten, es gibt 182.000 glaube ich gerade und Soldatinnen können, wenn mit ihrem Bundeswehrausweis, heißt das Ding glaube ich, nicht Dienstausweis, sondern Bundeswehrausweis privat, privat und dienstlich fahren sie. Es muss ein Portal programmiert werden, wo sie sich diese Tickets klicken können, zweite Klasse, erste Klasse und Reservierung können sie kostenpflichtig dann dazu buchen und sie dürfen fahren in allen Zügen des DB Fernverkehr, also IC, ICE und sie dürfen fahren in allen Zügen der DB Regio, also der Regionalzüge, die von der Deutschen Bahn betrieben werden. Die werden ja von den Ländern ausgeschrieben und häufig von der Deutschen Bahn eben dann angeboten, aber es gibt auch wohl gutes Drittel der Regionalbahnen, die eben von privaten Unternehmen betrieben werden. Da dürfen die Soldaten und Soldatinnen Stand heute noch nicht umsonst fahren, da gibt es aber Verhandlungen, sagte uns eine Bahnsprecherin, Dito mit den Verkehrsverbünden, also S-Bahn zum Beispiel in Berlin, wird ja auch von der Deutschen Bahn betrieben, ist aber Teil des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg und da gibt es Verhandlungen, ob diese Gratistickets eben auch dafür gelten. Aber Tatsache ist, ab 1.1. dürfen sie halt auf weiten Teilen umsonst fahren, umsonst muss man sagen, in Anführungsstrichen, weil die Bundeswehr der Deutschen Bahn angeblich nach Presseberichten 4 Millionen Euro pro Jahr überweist, die Bahn will sich da auf Nachfrage nicht zu äußern. Die Wirtschaftswoche will ausgerechnet haben, dass die Bahn zusätzliche Kosten hat von 38 Millionen und davon eben nur 4 zahlt. Oder 4 einnehmen kann. 4 einnehmen kann, genau. Dazu ist noch ganz interessant, die Soldaten und Soldatinnen sind nicht die Einzelberufsgruppe, die kostenlos in den Zug steigen darf, sondern zum Beispiel Polizisten, Polizistinnen in Uniform dürfen das auch. Da allerdings gibt es einen anderen Deal, da kriegt die Bahn kein Euro dafür, zum Beispiel von dem Innenministerium der Länder, kriegen sie nichts dafür. Aber die Polizisten und Polizistinnen müssen halt im Fall des Falles helfen. Ja, also die müssen irgendwie Zugbegleitern bei Streitigkeiten und so müssen sie halt in ihrer Funktion als Polizisten irgendwie beistehen. Deswegen dürfen die völlig umsonst fahren. Bei Soldaten und Soldatinnen ist es so, sagte die Bahnsprecherin, dass die sozusagen alle Rechte und Pflichten haben, wie jeder andere Fahrgast auch. Das heißt, sie sind im Grunde ganz normale Fahrgäste. Ja, ganz normale Fahrgäste. Sie dürfen auch, das war ja auch in der Diskussion, dürfen die jetzt nur Züge buchen, die nicht besonders ausgelastet sind? Nein, die sehen sozusagen, können genau dasselbe buchen, was jeder von uns im DB Navigator sieht oder so. Auch ausgelastete Züge, wenn es denn halt noch Tickets gibt, können sie buchen. Ja, wenn man sich das mal so überlegt, dann klar, sie müssen noch Tickets buchen, aber dann kommt das Angebot für die Soldatinnen und Soldaten schon sehr, sehr nah dran an das, was Autonormalverbraucher als Bahncard 100 buchen können. Das heißt, der Zahlste im Jahr 4.395 Euro, also eine Riesenstange Geld und dann bekommst du so eine kleine schwarze Plastikkarte, sieht aus wie eine EC-Karte mit einem Foto drauf und damit kannst du kostenlos Bahn fahren. Da musst du dir gar kein Ticket mehr lösen, setzt dich einfach rein und fährst weiter. Das heißt also, da werden diese Soldatinnen und Soldaten, wenn man von diesem Klicken der kostenlosen Tickets absieht, sehr ähnlich behandelt wie Inhaber und Inhaberinnen an der Bahncard 100. Und wenn man sich das mal überlegt. Erst recht, erst recht, wenn jetzt noch die Verkehrsverbünde und die Privaten da zukommen. Aber gut, im Prinzip sind die ganz nah dran an der Bahncard 100 und wenn man sich das mal überlegt, wenn der Bund für seine Leute ganz normal eine Bahncard 100 buchen müsste, dann wäre das für die zurzeit 182.832 Soldaten geschlagene 803,5 Millionen Euro. In der Tat bezahlt allerdings der Bund der Bahn angeblich 4 Millionen. Das sind exakt 0,49 Prozent, also ein halbes Prozent des normalen Preises für die Bahncard 100 oder andersrum formuliert, bekommt der Bund vom Staatsunternehmen Bahn für diese Bahncard 100 für alle Soldatinnen und Soldaten geschlagene 99,5 Prozent Rabatt. Da würde ich sagen, hat AKK verdammt gut verhandelt. Jetzt kann man natürlich sich die Frage stellen, ist das sinnvoll, dass Soldatinnen und Soldaten umsonst fahren können? Ist eine zweite Frage, kommen wir gleich zu. Aber ich sehe vor allem mal das Problem, warum greift der Staat der Bahn so in die Tasche? Wieso bekommen die nicht einfach eine ganz normale Bahncard 100? Natürlich mit Rabatt, wenn man jetzt für alle seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so eine Art Film-Ticket bucht, dann gibt es natürlich Rabatt. Also natürlich werden andere Unternehmen, die diese Bahncard 100 für ihre Leute buchen, auch nicht den vollen Preis haben. Aber wieso kriegt der Staat, der Bund bei der Bahn 99,5 Prozent Rabatt, Philipp? Ist das okay? Es ist nicht nachvollziehbar, wenn wir darüber reden, dass die Bahn eigentlich unterfinanziert ist, jetzt schon aus allen Nähten Platz, statt noch mehr Geld reinzupumpen, was eigentlich passiert, entziehen sie den Bahn. Jetzt kann man natürlich argumentieren, braucht wirklich jeder Soldat, jede Soldatin eine Bahncard 100. Wenn der Bund in die Bundeswehr die Bahnfahrten bezahlen würde, würden sie wirklich eine Bahncard 100 kaufen und nicht nur die einfachen Fahrten bezahlen. Aber nach dem, was sie den Soldaten jetzt geben, ist es eben de facto eine Bahncard 100, fast, kommt nah dran. Statt mehr Geld in die Bahn zu investieren, zieht die Bundeswehr de facto mehrere hundert Millionen Euro aus der Bahn raus oder behält sie ein. Er bezahlt sie nicht an die Bahn, bezahlt sie nicht an die Bahn, Geld, was die Bahn gut gebrauchen könnte und eben, sagen wir mal, ja auch mit den offiziellen Gründen, die finde ich dafür nicht ausreichen. Wir müssen die Dankbarkeit zeigen unseren Soldaten gegenüber. Das mag ja alles richtig sein, habe ich überhaupt keine Bedenken, ja, die Soldatinnen und Soldaten möglichst gut zu behandeln, finde ich total sinnvoll, ja. Aber mal ganz ehrlich, das geht natürlich für reihenweise andere Bevölkerungsgruppen ganz genauso. Ja, also ich empfinde zum Beispiel mindestens ebenso große Dankbarkeit gegenüber Menschen, die sich bei der Freiwilligen Feuerwehr engagieren, ja. Die also Sonntagnachmittag oder mal auch zwei Uhr nachts aufstehen zum Feuerwehrhaus, brausen und dann irgendwo einen Brand löschen. Oder, was ja fast noch häufiger vorkommt, irgendwelche Menschen aus verunfallten Pkw-Schnipseln. Mit anderen Worten, das ist zum Beispiel auch eine Menschengruppe. Wieso darf denn dann eigentlich nicht gratis Bahn fahren, wer sich in der Freiwilligen Feuerwehr engagiert? Gibt ja auch jede Menge jetzt Forderungen. Paritätischer Wohlfahrtsverband, Gesamtverband fordert Freifahrten für alle, die den irgendeinen Freiwilligendienst machen. Also Bufdi oder so. Bufdi, ökologisches Jahr rauf und runter, sind junge Leute, verdienen irgendwie maximal 400, 450 Euro im Monat. Die könnten das sicherlich gut gebrauchen. Und Familienminister Franziska Giffey sagt, jo, Daumen hoch ist super. Linksfraktion Jan Korte sagt auch, ne, freiwillige Feuerwehr, THW, Pflegepersonal, Krankenhäuser, Pflegeheime. Klar, ich meine, es gibt eine ganze Reihe von Berufen, die sich sehr große Verdienste erweisen, jeden Tag um die Gesellschaft. Klar, warum sollen die nicht alle umsonst fahren? Was ist mit, jetzt mal ganz platt formuliert, was ist mit Richterinnen und Richtern? Ja, die verdienen deutlich weniger, als man in anderen juristischen Berufen verdient und engagieren sich sehr für das Gemeinwohl. Wieso habe ich keine Bahncard 100, Philipp? Also weiß ich auch nicht. Also mit anderen Worten, natürlich ist das Argument richtig, dass man den Soldatinnen und Soldaten dankbar sein muss für ihren Einsatz. Immerhin riskieren sie, je nachdem, was sie konkret für einen Job machen, mitunter auch mal ihr Leben. Muss man sehen, ist ein hoher Einstieg. Will man gar nicht kleinreden. Soll der Staat ihnen das doch bezahlen? Aber dann bitte zu einem vernünftigen Preis. Ich bin ja sehr dafür, dass Unternehmen ihren angestellten Mitarbeitern Bahntickets bezahlen. Und ich bin auch sehr dafür, dass die Bahn zum Beispiel da Rabatte gewährt. Du hast es ja schon eben angeschnitten, Philipp. Wenn man für alle so eine quasi Bahncard 100 kauft, dann werden nicht alle die tatsächlich nutzen. Insofern macht es auch Sinn, wenn man dann sagt, okay, wir bezahlen eben nur 50 Prozent des normalen Preises. Also dass man da einen Rabatt gewährt aus Sicht der Bahn ist völlig normal. Aber das Problem ist, dieser viel zu hohe Rabatt, der de facto einem Transfer von Kohle von der ohnehin defizitären Bahn in den Bundeshaushalt gleichkommt, völlig sinnfrei. Und zweitens diese Ungleichbehandlung zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die sich engagieren. Also insofern würde ich denken, wenn man das mal so zusammenbindet, ich denke, auch die in dieser Sache hat AKK aus meiner Sicht zwar in ihrem Haus sicherlich sich Sympathien erworben. Ja, also die Bundeswehr wird das sicherlich toll finden mit diesen Gratistickets. Aber ich denke, aus einer Perspektive politischer Gestaltung, politischer Führung, finde ich das nicht besonders überzeugend. Nein, ich finde diese Privilegierung einzelner Berufsgruppen, speziell bei der Bahn, macht keinen Sinn. Ich finde, die Bahntickets sind zu teuer, Bahnfahren muss gefördert werden, das Bahnfahren muss besser werden, alles richtig, aber nicht so. Wenn man, und das finde ich ja eigentlich einen guten Ansatz, den Soldaten und Soldatinnen das Bahnfahren nahelegen will und auch bezahlen will, fein, als Unternehmen Bundeswehr, d'accord, dann kauft den BahnCard 100, meinetwegen ruf dich Patent Rabatt, fein. Und für die ganzen Ministerien gleich noch mit dazu. Genau. Es gibt ja so bestimmte Bevölkerungsgruppen, die tatsächlich eine BahnCard 100 bekommen, also zum Beispiel Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts, die können gratis fahren. So, und dann, ja, dann kriegen sie halt keinen Dienstwagen, also dass da der Staat das Bahnfahren bei seinen Angestellten unterstützt und bezahlt. Total sinnvoll. Daumen hoch, aber dann müssen sie der Bahn auch einen fairen Preis zahlen, in der Lage, wo die Bahn einfach Geld braucht und nicht irgendwie noch irgendwelche Sonderspezialrabatte geben kann aus politischen Gründen vor irgendwelchen Landtagswahlen. Nicht cool, apropos nicht cool, wir haben ein anderes Thema. Apropos super cool, würde ich sagen, in dem Fall. Apropos, der Cowboy ist wieder am Start. Der Cowboy reitet durchs Eis. Donald Trump hatte einen schönen Beutezug vor, er wollte aber keine Postkutsche überfallen, sondern in diesem Fall wollte er bezahlen. Er wollte nämlich Grönland kaufen. Grönland, kein Witz, ja, Grönland, die Insel oben im Nordatlantik. Grönland hat ein gewisses politisches Autonomiestatut, gehört aber völkerrechtlich zu Dänemark. Hat eine eigene Verwaltung, aber gehört völkerrechtlich zu Dänemark. Und Donald Trump hat so in Interviews und auf Twitter immer wieder, nicht so richtig klar, aber so doch irgendwie erkennbar geäußert, er wolle Grönland kaufen. Philipp, was hatten denn die Dänen? Die Dänen, ich weiß nicht, ob sie kurz mal gelacht haben, aber sie haben auf jeden Fall getwittert und gesagt, ja, Mette Friedrichsen, die Ministerpräsidentin in Kopenhagen, hat gesagt, absurd. Darauf hat Trump gesagt, you are nasty und hat gesagt, ich komme aber nicht zu Besuch. Hat er wirklich nasty gesagt? Er hat, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, ob er gesagt hat, getwittert, aber er wurde so zitiert, nasty. Nasty heißt ja so fies und gemein. Fies und gemein, genau. Die böse, böse Mette, die findet das doof, dass ich Grönland kaufen will. Ich will aber das Förmchen von der Mette haben. Das Förmchen nicht kriegen, ist die Mette fies und gemein. Genau, dann hat er seinen Besuch abgesagt. Ja, der Hintergrund ist schon, kann man schon, sagen wir mal, strategisch, kann man das schon begründen. Es gibt halt einen wichtigen Stützpunkt der USA auf Grönland. Das ist irgendwie ein wichtiger Teil auch ihres Raketenabwehrschirms. Grönland hat viele Rohstoffe, potenziell zumindest. Die Chinesen interessieren sich sowohl für Norden als auch für Süden, also Arktis und Antarktis, auch für Grönland. Und klar kann das Sinn machen, strategisch, militärisch, gerade auch im Rahmen dieses jetzt wieder aufflammenden Wettrüstens zwischen Russland und den USA mit dem INF-Vertrag, der ausgelaufen ist. USA machen Raketentests, die Russen machen Raketentests, auch wenn sie jetzt offensichtlich wahrscheinlich einmal ziemlich granios in die Hose gegangen sind und das Ding ist explodiert und es gab sieben Tote. Aber ich glaube, vor diesem Hintergrund kann man die Motive schon erkennen. Dann natürlich Donald Trump mit seinem besonderen Immobilienmindset so, oh, nice piece of land, das hätte ich gerne. Ich weiß nicht, ich erschrecke nur immer so ein bisschen, auch so wie wir jetzt darüber reden, wie so die Mechanik der öffentlichen Aufmerksamkeit funktioniert. Weißt du, der Typ hält Kinder in Käfigen. Muss man so sehen, ja. Der hält Kinder in Käfigen, jetzt as we speak. Überhin amerikanische Abgeordnete, ja nicht deutsche, amerikanische Abgeordnete sprechen von KZs. Ich lasse das mal so stehen, ich würde das so persönlich wahrscheinlich nicht formulieren, als Deutscher angesichts der historischen Verantwortung, aber wie gesagt, Amerikaner sprechen von KZs. Und die Administration glaubt, dass Seife und Betttücher für diese Kinder nicht unbedingt notwendig sind. Haben sie aber jetzt verloren. Haben sie verloren vorm Gericht, aber das sind die Grausamkeiten, die alltäglich passieren. Und wir, ich, viele andere, speziell die Medien, laufen immer wieder diesen Ablenkungsmanövern hinterher, weil wir, glaube ich, auch uns sehnen nach Unterhaltung, nach Ablenkung, weil wir dieses Grauen, was sich da abspielt, auch so schwer verdauen können. Und weil wir dem so ohnmächtig gegenüberstehen, dass wir fast dankbar sind, wenn mal wieder eine unterhaltsame Pointe um die Ecke kommt. Ein unterhaltsames, groteskes Ding, ja eine lustige Geschichte, wo man am Tresen, am Frühstückstisch drüber reden kann und ach der doofe Trump und guck mal hier und Grönland und ha ha ha, wie grotesk. Aber letztlich ist das alles, alles nebensächlich und finde ich erschreckend, als wie lenkbar sich unsere Aufmerksamkeit immer wieder erweist. Und ich habe das Gefühl, auch unser Mediensystem und ich auch sind da nicht gegen immun und wir behandeln jetzt das ja auch wieder. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, den du machst. Ich finde, man muss über diese Aktionen schon reden, die ja da startet. Ich finde schon, dass man die erwähnen soll, weil die halt eben einfach Teil der internationalen Politik sind, weil die das Verhältnis zwischen den USA und Dänemark bestimmen. Also mit Totschweigen dieser Aktionen kommt man auch nicht weiter, aber ich finde, dazu gehört eben auch diese Einordnung, die du gerade vorgenommen hast. Indem man eben sagt, das ist eben in der Aufmerksamkeitsökonomie möglicherweise auch ein gezielt gesetztes Ablenkungsmanöver. Damit man eben möglichst wenig über diese unmenschliche Behandlung von Flüchtlingen redet und über viele andere Dinge auch. Ich meine, wir haben ja schon öfter über die Wahlkampfstrategie von Donald Trump gesprochen, der ja insbesondere eben verarmte Weiße gewinnen möchte in bestimmten Bundesstaaten in den USA. Aber dass so diese, die sogenannten Swing States sind oder jedenfalls Wahlen, wo das Wahlergebnis halbwegs knapp ausfallen könnte, die er aber unbedingt gewinnen muss bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Und diesen Menschen muss er natürlich irgendwas liefern, weißt du? Und da kommt irgendwie so eine sinnfreie Diskussion über irgendein Thema, das sich mit Nationalstolz aufladen lassen kann. Grönland wird amerikanisch, ja oder nein? Weißt du, das ist irgendwie was. Da kommt er als der starke Mann und der Macher daher, hat er zwar nicht so direkt gewonnen, aber immerhin versucht er aus Sicht mancher vielleicht amerikanische Interessen hochzuhalten. Und das sind alles Dinge, die lenken ab und die können möglicherweise Menschen fesseln und die können den Eindruck erwecken, als tue er was für sein Land, auch wenn er den Menschen konkret in ihrer Lebenswelt überhaupt nicht hilft. Das ist ja genau dasselbe wie die Polarisierung gegen Refugees. Insofern glaube ich, muss man darüber reden, aber man muss es zugleich einordnen als das, was es ist, nämlich im Grunde eine große Nebelkerze. Eine interessante Sache ist dann aber in diesem Kontext, finde ich, doch noch aufgepoppt. Also erstmal ist so Landkauf und Verkauf in der Geschichte jetzt nicht die Regel, aber doch durchaus nicht neu. Kommt vor. Kommt vor. Also Alaska haben die Russen, hat der russische Zar an die USA verkauft. Truman im Zweiten Weltkrieg hatte auch schon mal die Idee Grönland zu kaufen. Dann wurde, glaube ich, die französische Kolonie Louisiana 1803 von Napoleon an die USA eben verkauft. Und es gab wohl 1908 auch, wenn ich das richtig gelesen habe, die internationale Gemeinschaft quasi ihre erste humanitäre Krise gehabt, nämlich im Kongo. Und hat quasi King Leopold II. den Kongo dann abgekauft, um diese Krise entschärfen zu können. Und da ist irgendwie eine ganz interessante Idee hochgepoppt. Ich habe diese beiden Studien auch mal verlinkt in den Shownotes. Also es gibt wohl Juristen sind es, glaube ich, die mal sich angeguckt haben, ist das vielleicht nicht doch eine interessante Strategie, um Sezessionsbestrebungen von Gebieten weltweit begegnen zu können. Also kann man nicht bestimmten Bevölkerungsgruppen, die sich entweder im Krieg mit der Zentralmacht befinden oder weg wollen von der Zentralmacht, sagen, wir kaufen euch da raus. Oder wir verkaufen euch einfach. Ich weiß nicht, wie das gehen sollte, aber ich fand es ein interessantes Gedankenspiel, mal darüber nachzudenken. Wie wäre das, wenn die internationale Gemeinschaft bei den Rohingya oder so sagen kann, hey, wir kaufen diesen Teil von Bangladesch, Bangladesch ab und, weiß ich nicht, installieren eine eigene Regierung oder gliedern das in einem anderen Staat an oder so. Und das Geld bekommt nicht Bangladesch, sondern vielleicht die Rohingya selber. Aber warum, also den ersten Teil des Experiments, dass man quasi einen umstrittenen Landesteil dem Staat abkauft, der da bisher, sagen wir mal, noch den Daumen drauf hat, das mag ja noch Sinn machen. Aber warum sollte der Staat das tun, wenn das Geld dann nicht tatsächlich in das Staatssäckel fließt? Warum sollte der Staat das tun, wenn das Geld dann ausgerechnet in den sezessionswilligen Landesteil fließt? Das macht ja keinen Sinn. Ja, vielleicht kriegt es irgendwie andere wirtschaftliche Zugänge, vielleicht kriegt es andere Benefits, andere Unterstützung oder so. Als ich das gelesen habe, dachte ich so, also das ist ein interessanter Gedanke. Ich finde es ein bisschen, sagen wir mal, bedenklich, dass dann halt, sagen wir mal, staatliche Souveränität und ein ganz wichtiger politischer Moment halt so ein Marktimpuls unterworfen wird. Und ich könnte mir vorstellen, das habe ich in den Studien jetzt so nicht gesehen, dass da ganz merkwürdige Anreizsysteme entstehen, weißt du, dass Abtrünnige oder Gruppen, die sich lossagen wollen von einem Staat, möglicherweise Aufstände anzetteln, um den Druck auf die internationale Gemeinschaft zu erhöhen, doch Geld locker zu machen, um sie frei zu kaufen und so. Also, dass, wenn da Geld ins Spiel kommt, dass da ganz unschöne politische Nebenwirkungen und Anreizsysteme entstehen. Nichtsdestotrotz war das wieder so ein Ding, wo ich dachte, wenn ihr dazu Ideen habt, schreibt die doch mal in die Kommentare. Also das ist ja häufig sehr, sehr bereichernd, was ihr da so habt und was euch dazu so einfällt. Würde mich mal interessieren, wie gesagt, die beiden Paper, die stehen in den Shownotes, sind von Joseph Blocher und Mitu Gulati. Na dann, ja, wir schauen wieder ins Inland und zwar nach Karlsruhe, Philipp, denn dort hat das Bundesverfassungsgericht eine, wie ich finde, auf den ersten Blick unscheinbare, aber mal genauer nachlich ziemlich spektakuläre Entscheidung getroffen zum Stichwort Mietpreisbremse. Ja, da warst du ja hier bei der Vorbereitung ganz enthusiasmiert. Also, du warst ja überhaupt nicht mehr zu bremsen. Je mehr du da gelesen hast, desto erfreuter klangen die Töne hinter deinem Notebook hervor, dass das ja doch super interessant sei. Also, wir müssen natürlich erstmal unterscheiden zwischen Mietpreisbremse und Mietpreisdecke, der in Berlin gerade diskutiert wird. Also, die Mietpreisbremse betrifft Neuvermietung insbesondere und dort dürfen eben Mieten genommen werden, im Prinzip, die nicht mehr als 10 Prozent über dem Mietspiegel liegen dürfen. Es gibt Ausnahmen, insbesondere zum Beispiel, wenn die vorherige Miete schon höher war, dann darf man die auch weiterhin nehmen. Aber im Prinzip bedeutet die Mietpreisbremse Neuvermietung nicht mehr als 10 Prozent über dem Mietspiegel. Und das ist natürlich politisch umstritten gewesen und wenig überraschend hat deswegen dieses Thema auch relativ schnell sogar das Bundesverfassungsgericht erreicht. Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt entschieden, dass die Vorschriften zur Regulierung der Miethöhe beim Mietbeginn im nicht preisgebundenen Wohnraum, so formuliert das Gericht, die sogenannte Mietpreisbremse eben nicht verfassungswidrig sind. Das heißt, sie verstoßen nicht gegen die Eigentumsgarantie, nicht gegen die Vertragsfreiheit und auch nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz. Und da waren drei Verfahren in Karlsruhe anhängig, die jetzt gemeinsam entschieden worden sind, nämlich zum einen eine Verfassungsbeschwerde gegen eine gerichtliche Entscheidung und dann zwei die Mietpreisbremse betreffende Vorlagen im sogenannten Verfahren der konkreten Normenkontrolle. Also das ist ein Verfahren, das in Artikel 100 Absatz 1 des Grundgesetzes geregelt ist, wenn ein Gericht der Meinung ist, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist, auf das es ankommt, um das Verfahren zu entscheiden, das vor diesem Gericht gerade anhängig ist, dann kann das Gericht nicht einfach sagen, nö, dieses Gesetz halten wir für verfassungswidrig und wenden das nicht an, sondern in einer solchen Situation muss das Gericht die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts einholen. Man nennt das das sogenannte Verwerfungsmonopol. Also ein Gericht darf ein Gesetz zwar verfassungskonform auslegen, aber nur im Rahmen des Gesetzeswortlauts. Und sobald der Gesetzeswortlaut der Auslegung, die das Gericht vornehmen möchte, entgegensteht, muss es das Bundesverfassungsgericht fragen, was das dazu sagt. Und jetzt war unter anderem diese Vorlage vom Landgericht Berlin, über die wir auch schon gesprochen hatten. Und das Landgericht meinte einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz darin zu erkennen, dass die Mietspiegel und damit eben die höchsten möglichen Mieten in Berlin anders sind, als in München oder Munderking. Ja ganz genau. Und da hatten wir ja schon, das ist ungleich, weil Vermieter in Berlin und in München einfach unterschiedliche maximalen Mieten fordern können, weil der Mietspiegel eben unterschiedlich hoch ist. Genau und da hatten wir schon, als wir über dieses Verfahren mal sprachen, vor einigen Monaten hatten wir schon in der Lage gesagt, finden wir jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend, denn der Gleichheitssatz aus Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes meint ja nicht, dass alle tatsächlich gleich behandelt werden, sondern er verlangt nur, dass gleiche Sachverhalte auch gleich behandelt werden. Also Gleiches muss gleich behandelt werden und zugleich müssen aber ungleiche Sachverhalte auch müssen sogar ungleich behandelt werden im Prinzip. Gleiches muss gleich, Ungleiches ungleich behandelt werden. Das heißt also eine Gleichbehandlung ungleicher Situationen könnte nicht nur nicht gerechtfertigt sein, sondern sogar einen Verstoß gegen den Gleichheitssatz bedeuten. Und das Bundesverfassungsgericht hat dem Landgericht Berlin jetzt von der Öffentlichkeit relativ unbemerkt eigentlich ordentlich einen mitgegeben. Ja, das muss man sagen. Also wenn man die Entscheidung mal so ein bisschen liest, ist es eine ziemliche Klatsche ehrlich gesagt für die Kolleginnen und Kollegen. Deswegen muss ich da ja so ein bisschen vorsichtig sein. Du hast da auch mal lange gearbeitet. Ich habe da ja mal gearbeitet, nicht im Zivilrecht zwar, sondern im Strafbereich, aber da muss man so ein bisschen gucken, was man sagt. Aber diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts muss man ganz ehrlich sagen, die macht keine Gefangenen. Die sagt nämlich, dass also beide Vorlagen des Landgerichts Berlin unzulässig sind, nicht etwa unbegründet, sondern schon unzulässig, weil sie nämlich nicht ausreichend begründet sind. Und zwar zum einen, meint Karlsruhe, kam es für die Entscheidung des Landgerichts schon gar nicht auf die Regelung der Mietpreisbremse an. Also für das Verfahren, was da vorlag, war diese Regelung zur Mietpreisbremse völlig irrelevant. Genau, so jedenfalls Karlsruhe, was natürlich harte Worte sind. Und da sagt Karlsruhe so schön, das vorliegende Gericht ist nicht befugt, dem Bundesverfassungsgericht Norm eines Gesetzes zur verfassungsgerichtlichen Kontrolle zu unterbreiten. Die Dritte möglicherweise gleichheitswidrig begünstigen, aber nicht die Beteiligten des Ausgangsverfahrens. Mit anderen Worten, die Kammer des Landgerichts wollte Rechtspolitik machen. Die haben gerade nicht eine konkrete Normenkontrolle vorgenommen, sondern sie haben ein Gesetz zur Prüfung vorgelegt, auf das es im eigenen Verfahren überhaupt nicht ankam. Und das muss man sagen, ist, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Verstoß gegen die richterliche Ethik, aber das ist jedenfalls schon ein ziemliches Foul der Berliner gewesen. Und dementsprechend gab es jetzt auch aus Karlsruhe ziemlich auf die Mütze, denn weit und breit sei kein Verstoß gegen den Gleichheitssatz erkennbar. Und ja, das ist natürlich für die Kollegen jetzt einigermaßen bitter. So, das ist so ein bisschen so der formelle, verfahrensrechtliche Teil, aber es gibt natürlich auch noch einen Inhalt, der eigentlich ja, sagen wir mal, für die Allgemeinheit noch viel relevanter ist. Nämlich, dass Karlsruhe sagt, Mietpreisbremse, okay, Daumen hoch. Die ist auch inhaltlich okay, genau. Und das hat Karlsruhe entschieden in dem dritten Verfahren, das da zusammengebunden wurde zu dieser Entscheidung. Das war eine Verfassungsbeschwerde und die wurde jetzt nicht zur Entscheidung angenommen, weil die Mietpreisbremse ein gerechtfertigter Eingriff in die Eigentumsgarantie ist. Und das Bundesverfassungsgericht macht da also sehr spannende und ausführliche Ausführungen zur Reichweite der Eigentumsgarantie im Mietrecht. Und ich denke, dass diese Entscheidung auch weit über den Einzelfall hinaus Bedeutung haben wird, wenn sie genau rezipiert wird. Und deswegen besprechen wir sie jetzt auch ausführlich in der Lage, weil die zum Beispiel auch für die Überlegung zum Mietendeckel in Berlin oder für die Enteignungsverfahren in Berlin sicherlich von großer Bedeutung sein wird. Und ich denke, das wird auch ähnliche Initiativen bundesweit beeinflussen. Also Karlsruhe sagt, natürlich ist die Eigentumsgarantie auch im Mietrecht wichtig und auch betroffen von solchen Regelungen zur Miethöhe. Ja, da sagt Karlsruhe nochmal ausdrücklich, dass das Eigentum verfassungsrechtlich gewährleistet ist und Eigentum bedeutet eben auch, dass es privat nützig ist und es bedeutet eine grundsätzliche Verfügungsbefugnis des Eigentümers. Das heißt, der Eigentümer kann grundsätzlich damit machen, was er will. Das Eigentum soll als Grundlage privater Initiative dienen und im eigenverantwortlichen privaten Interesse von Nutzen sein. Also im Prinzip kann man damit Geld verdienen. Das ist völlig in Ordnung. Aber es gibt ja eine andere Seite. Ganz genau. Andererseits soll der Gebrauch des Eigentums aber auch dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Und daraus ergibt sich eine Befugnis des Gesetzgebers zur Bestimmung des genauen Inhalts und eben auch der Schranken des Eigentums. Und diese Befugnis des Gesetzgebers ist umso weiter, je stärker der soziale Bezug dieses Eigentumsobjekts ist. Also das Recht am Eigentum kann umso mehr eingeschränkt werden durch den Gesetzgeber, je wichtiger die soziale Frage ist, die damit verbunden ist. Ganz genau. Und das heißt also Einschränkungen, da kann man noch lange drüber streiten. Also es gibt beim Eigentumsbegriff die Besonderheit, dass schon der Gehalt, also was das Eigentum überhaupt schützt, vom Gesetzgeber definiert wird. Man sagt, dass das Eigentum ein sogenanntes normgeprägtes Grundrecht ist. Das steht also nicht unmittelbar im Grundgesetz, was eigentlich Eigentum ist, sondern der Gesetzgeber regelt überhaupt erst, was das ist. Was Eigentum ist. Und das sind die sogenannten Inhalts- und Schrankenbestimmungen. Und dazu ist der Gesetzgeber aber umso weiter berechtigt, je stärker dieser soziale Bezug ist. Und das wird dann am Beispiel der Mietpreisbremse durchdekliniert. Und da wird also so eine ganz klassische Verhältnismäßigkeitsprüfung durchgezogen. Das kennen Juristinnen und Juristen, aber auch viele andere Menschen. Da gibt es so mehrere Prüfungsschritte. Man braucht, um in ein Grundrecht einzugreifen, erstmal einen legitimen Zweck. Und dann muss die gesetzliche Maßnahme auch geeignet sein, diesen Zweck zu verfolgen. Und sie muss erforderlich sein und auch angemessen. Und diese einzelnen Schritte werden jetzt durchdekliniert. Und da sagt Karlsruhe, legitimer Zweck, ganz klar Daumen hoch. Denn der gesetzgeberische Zweck durch die Begrenzung der Miethöhe bei Wiedervermietung der direkten oder indirekten Verdrängung wirtschaftlich weniger leistungsfähiger Bevölkerungsgruppen entgegenzuwirken, liegt im öffentlichen Interesse. Das heißt, Gentrifizierung zu bekämpfen ist ein öffentliches Gut. Das muss man sich mal überlegen. In dieser Deutlichkeit habe ich das aus Karlsruhe noch nicht gelesen. Und das ist natürlich was, was zum Beispiel in der Diskussion um Enteignung eine ganz zentrale Rolle spielen kann. Wenn man erstmal davon ausgeht, dass die Bekämpfung von Gentrification ein legitimer Zweck ist, das ist schon eine starke Aussage. Und die Mietpreisbremse, so Karlsruhe, ist auch geeignet, diesen legitimen Zweck zu erreichen. Zwar, sagt Karlsruhe, und das ist ja auch ein Argument, das sehr häufig kommt vom Haus- und Grundverband, von der FDP, von der CDU. Grundsätzlich ist natürlich richtig, dass die Nachfrage steigt, wenn Wohnungen durch die Mietpreisbremse billiger werden. Und dadurch wird die Bonität, also die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mieter natürlich umso wichtiger bei der Auswahl seiner Mieter. Also wenn du quasi nicht mehr über den Preis differenzieren kannst, weil der Preis gedeckelt ist, dann gibt es halt mehr Leute, die die Wohnung mieten können und wollen. Und dementsprechend guckst du dir dann vielleicht immer genauer an, welche Mieter tatsächlich möglichst leistungsfähig sind. Und nimmst halt die, die am meisten verdienen. Genau, aber das macht eben auch nicht jeder Vermieter. Und da sagt Karlsruhe, nur weil manche Vermieter möglicherweise die Bonität zum Kriterium machen, heißt das noch lange nicht, dass das von vornherein illegitim ist, so vorzugehen als Gesetzgeber. Denn, meint das Bundesverfassungsgericht, Preisspitzen werden abgeschnitten, also sehr hohe Preise werden eben verhindert. Und das eröffnet überhaupt erst den Marktzugang für weniger vermögende Mieterinnen und Mieter. Mit anderen Worten, mag ja sein, dass man nach wie vor als reicher Mensch bessere Karten hat bei einer Vermietung. Aber wenn ohne Mietpreisbremse, hätte man als armer Mensch überhaupt keine Chance, also nicht nur 5 Prozent, sondern 0 Prozent Chancen, eine Wohnung zu mieten. Deswegen sagt Karlsruhe, Mietpreisbremse grundsätzlich geeignet. Und außerdem denkt das Bundesverfassungsgericht, dass die Mietpreisbremse auch geeignet ist, der Verdrängung von einkommensschwächeren Mieterinnen und Mietern aus ihren angestammten Stadtteilen entgegenzuwirken. Denn das für die Vermieter sagt Karlsruhe, ist das ja auch zumutbar. Also die Grenze ist glaube ich, wenn sie sozusagen dauerhafte Verluste und eine echte Substanzgefährdung zu befürchten haben. Dann wäre es vorbei, wenn die Miete die Kosten nicht mehr decken. Dann wäre es nicht legitim, diese Mietpreisbremse einzuführen. Das ist aber nicht der Fall. Es gibt aber auch keinen Vertrauensschutz. Genau, das fand ich auch sehr spannend. Man könnte ja zum Beispiel argumentieren, naja, ich habe als Vermieter jetzt ein Haus gebaut mit Mietwohnungen. Ich habe investiert und renoviert und saniert und bin davon ausgegangen, dafür kann ich die und die Miete nehmen. 15 Euro, ja, kalt. Und da sagt Karlsruhe, nö, das mag ja sein, dass du so kalkuliert hast, aber das ist von Verfassungswegen nicht geschützt. Zitat, auf dem sozialpolitisch umstrittenen Gebiet des Mietrechts müssen Vermieterinnen und Vermieter mit häufigen Gesetzesänderungen rechnen und können nicht auf den Fortbestand einer ihnen günstigen Rechtslage vertrauen. Und dann wird es richtig deutlich, das Vertrauen der Vermieter, mit der Wohnung höchstmögliche Mieteinkünfte erzielen zu können, wird durch die Eigentumsgarantie nicht geschützt. Weil ein solches Interesse seinerseits vom grundrechtlich geschützten Eigentum nicht umfasst ist. Also Profitmaximierung ist kein Grundrecht, kann man so sagen. Genau, das kann man so deutlich sagen. Profitmaximierung ist kein Grundrecht. Also wirklich in bemerkenswerter Klarheit. Und andererseits dann, wenn, wie gesagt, die Positionen des Eigentümers kommen nicht so wahnsinnig gut weg in dieser Entscheidung. Und auf der anderen Seite macht das Bundesverfassungsgericht dann nochmal so ein bisschen deutlicher, warum bei dieser Abwägung tatsächlich die Interessen von Mieterinnen und Mietern höher zu bewerten sind. Denn, sagt Karlsruhe, eben die Befugnis des Gesetzgebers zur Inhalts- und Schrankenbestimmung geht umso weiter, je mehr das Eigentumsobjekt, Klammer auf, also die Wohnung, in einem sozialen Bezug und in einer sozialen Funktion steht. Und das trifft auf die Miethöhenregulierung, so Karlsruhe, in besonderem Maße zu. Denn eine Wohnung hat für den Einzelnen und dessen Familie eine hohe Bedeutung. Genau, aber das ist ja eine enorme soziale Komponente, die Karlsruhe hier dem Eigentum beimisst. Das heißt ja, sobald es um Eigentum geht in Deutschland und sobald es um Eigentum in sozialpolitischem Kontext geht, ist dieses Urteil ja wahrscheinlich sehr, sehr maßgeblich. Das ist ein Beschluss, aber ja. Na gut, ist ein Beschluss, aber könnte ich mir vorstellen, dass darauf sehr viel rekurriert wird. Das denke ich auch und zumal jetzt eben nochmal dieser Punkt kommt mit der Identification, das ist der letzte Punkt, den ich gerne nochmal machen würde bei dieser Entscheidung. Der Gesetzgeber ist nämlich, so sagt diese Kammer bei mietrechtlichen Regulierungen, nicht darauf beschränkt, die Belange der jeweiligen Mieter zu schützen. Also es geht nicht nur um die Menschen, die schon drin sitzen, sondern, nun wieder Zitat, er, der Gesetzgeber, kann sich vielmehr auch auf das darüber hinausgehende gesellschaftspolitische Interesse an einer durchmischten Wohnbevölkerung in innerstädtischen Stadtvierteln berufen. Mit anderen Worten, wiederum Zitat, das von der Gesetzesentwurfsbegründung angestrebte, der von der Gesetzesentwurfsbegründung angestrebten Verhinderung der Gentrifizierung kommt als Gemeinwohlbelang ebenfalls Gewicht zu. Mit anderen Worten, Gentrification verhindern liegt im Interesse der Allgemeinheit und das ist in dieser Deutlichkeit noch nie gesagt worden aus Karlsruhe, aber ich finde, dass das Bundesverfassungsgericht mit dieser Entscheidung wirklich ganz wesentliche Akzente setzt in der Diskussion um Regelungen generell, die sich auf den Mietmarkt auswirken. Wir haben das in der Lage ja auch schon verschiedentlich besprochen und haben es in der Tendenz, denke ich, auch so ähnlich gesehen, aber in dieser Klarheit, das nochmal aus Karlsruhe zu lesen, ist natürlich rechtspolitisch von enormer Bedeutung, denn damit bekommen alle diejenigen Auftrieb, die zu vergleichsweise weitgehenden Eingriffen in Eigentumsrechte aufrufen und jeweils das Interesse anführen, eben Gentrification zu verhindern. Und da sagt Karlsruhe jetzt, ja, Gentrification verhindern ist ein Gemeinwohlbelang. Wir haben als Gesellschaft ein Interesse daran, an einer wirtschaftlich und sozial durchmischten Wohnbevölkerung und das, glaube ich, kann man in seiner Bedeutung für die Rechtspolitik der nächsten Jahre kaum überschätzen. Die Mietpreisbremse, das vielleicht auch noch passt hier in die Ecke ganz gut, soll jetzt verlängert werden bis 2025. Das hat der Koalitionsausschuss beschlossen, also die Spitzen der beiden Koalitionsparteien. Und wo überhörte Mieten kassiert wurden, da sollen die Bewohner jetzt und Bewohnerinnen sich das Geld länger zurückholen können. Der Mietenspiegel soll gestärkt werden. Wie, das habe ich noch nicht gelesen. Und die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen, die soll auch erschwert werden. Auch beim Kauf von Wohnungen sollen Maklerkosten zur Hälfte Verkäufer und Käufer übernehmen. Sicherlich finde ich auch eine sinnvolle Sache. Aber das sind bisher nur Absichtserklärungen, muss man auch sagen, Beschlüsse im Koalitionsausschuss. Da muss man mal abwarten. Dann dazu auch noch passend diese Woche gab es eine Vorstellung einer Studie, also Deutscher Mieterbund, IG Bau, also die Industriegewerkschaft Bau und die Caritas, also so eine Wohlfahrtssozialeinrichtung. Die haben einen Akutplan für bezahlbares Wohnen vorgelegt. Der wurde erstellt vom Prestell-Institut, so einem privaten Institut, was sich viel mit Wohnungswirtschaft beschäftigt. Und da haben die auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst und aufgelistet, was aus ihrer Sicht im Sinne des sozialen Wohnungsbaus passieren muss. Also sie sagen, es müssen pro Jahr 155.000 Wohnungen neu geschaffen werden, Sozialwohnungen. Und die Hälfte davon müsste gebaut werden. Die andere kann man im Bestand eben in Absprache mit Kommunen und Vermietern müsste man machen. Der Staat müsste dafür drei Milliarden Euro zusätzlich ausgeben. Und die Zahl der Sozialwohnungen müsste sich eben deutlich erhöhen. Heute sind so gute eine Million Wohnungen, Sozialwohnungen, sagt das Bundesinnenministerium. Vor zwölf Jahren waren es mal zwei Millionen. Und nötig, sagt das Prestell-Institut, sind 5,6 Millionen. Also eine Verfünffachung dessen, was wir jetzt schon haben. Also da denke ich, ist klar, wohin die Reise gehen muss. Das haben wir ja auch schon öfter gesagt. Sozialwohnungen sind nur ein Baustein, aber eben doch ein erheblicher Baustein. Die Bundesregierung gibt dafür schon Geld aus. Die haben ja schon gesagt, glaube ich, 2,4 Milliarden oder sowas wollen sie ausgeben, aber es müssen halt noch drei Milliarden mehr werden, sagt dieses Institut. Also da wird ein bisschen was getan, aber zu wenig. Ja und das muss man natürlich einfach sehen. Man kann natürlich auf der einen Seite mit staatlichen Regulierungen die Mietpreise in gewisser Hinsicht niedrig halten. Aber letztlich, und da haben, denke ich, Union und FDP natürlich auch einen Punkt, letztlich brauchen wir natürlich auch Wohnungsneubau. Und da ist es ganz wichtig, darauf zu achten, dass eben nicht nur Luxuspaläste ab 16 Euro kalt entstehen. Denn das ist das große Problem, wenn man sich da mit Leuten aus dem Baubereich unterhält. Es ist einfach wahnsinnig schwer, überhaupt Wohnungen neu zu bauen, die sich noch kostendeckend vermieten lassen für 10 Euro oder gar für unter 10 Euro. Aber nur als Ergänzung zur letzten Folge, ich war, wir hatten ja über diese urbanen Dörfer geredet, ich war diese Woche bei einem dieser Projekte in Oranienburg. Das ist so eine Stadt am Rand von Berlin und da wiederum am Rand von Oranienburg, also hat so 40.000, 50.000 Einwohner. Da haben sich so ein paar Berliner so ein altes Gutshaus gekauft, was nicht mehr so ganz taufrisch war, wollte irgendwie niemand so richtig haben, haben sie 300.000 Euro für bezahlt, haben eine Genossenschaft gegründet, haben quasi jetzt Mieter, Mieterinnen geworben oder Miteigentümer ja letztlich geworben, die halt Genossenschaftsanteile kaufen, damit haben sie Eigenkapital, damit haben sie bei so ein paar Banken Kredite bekommen und die motzen das Ding jetzt auf, machen das schön und zahlen mit denen dann zu zahlenden Mieten der Eigentümer und Eigentümerinnen diese Kredite eben ab. Geplante Höhe, sowas glaube ich 6 bis 8 Euro oder sowas in der Höhe war das und ja, Motiv war da auch, in Berlin ist alles zu teuer, zu eng, kein Platz mehr für Kreative und da nochmal der Aufruf an alle, auch die über solche Immobilien verfügen, Kommunalpolitiker, Kommunalpolitikerinnen, werbt solche Leute an, kümmert euch um die und da sind glaube ich schöne Projekte machbar, ob das jetzt die Wohnungsnoten in Deutschland lindert, weiß ich nicht, aber irgendwo muss man ja mal anfangen. Wir hatten, ja weiß ich auch nicht, ich habe so ein bisschen gezögert, ob wir das thematisieren sollen, aber wir reden das, weil es hier um eine Infrastrukturfrage geht. Wir reden ja immer darüber, wie läuft es in Deutschland, wie sind die Rahmenbedingungen, sollen wir die schwarze Null heilig sprechen oder sollen wir investieren in Infrastruktur, Schulen, Internet, Straßen, Schiene. Wir haben das oft besprochen und letztlich ist dieses ein Unterthema davon, das vielleicht nicht so oft diskutiert wird, aber glaube ich dann doch für viele schon echtes Thema ist, nämlich für alle, die selbstständig sind, für Firmen, für Startups, die Firmen gründen wollen, ein wichtiger Teil unserer Wirtschaft. Ich glaube 95 Prozent der Firmen in Deutschland haben weniger als 10 oder 20 Mitarbeiter oder sowas, es nagelt mich nicht auf die genaue Zahl fest, aber irgendwas in der Größenordnung ist es, also Deutschland lebt ganz substanziell von kleinen Firmen. Und das letzte, was sie brauchen ist irgendwie Probleme beim Geschäftskonto eröffnen und das Probleme mit ihrer Bank und wir haben das wie gesagt jetzt aus Gründen versucht und das ist wirklich abenteuerlich und also da liegt auf jeden Fall was im Argen und also das Erlebnis war so, ich war bei der GLS Bank, genau, bin extra in die Filiale gelaufen, damit das irgendwie schnell geht und ich da alles gleich unterzeichnen kann und dann setze ich mich da hin und dann deutet die Beraterin da hinten auf den Tisch und dann sagt sie, da steht der Rechner. So, ja, okay, dann war der Rechner, da war der Browser, da war die Webseite der GLS, da konnte ich einen Antrag stellen. Ich sage, ich soll jetzt hier dieses am Browser eintippen? Ja, sagt sie, aber das muss ich Ihnen vorweg sagen, das dauert vier Wochen. Wie jetzt, du konntest nicht einfach hingehen und ein Konto eröffnen? Alter, ich sage, wie, das dauert vier Wochen? Ja, wir haben, wir haben, wie, ja, das kann ich jetzt auch nicht beschleunigen, das muss jetzt erst da hin und da hin und da hin, fragen Sie mich nicht, ich kann es nicht beschleunigen, dauert vier Wochen. Dann habe ich so gedacht, nein, ich habe dich angerufen und gesagt, Ulf, was soll ich tun, das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir gedacht, okay, ich habe ein Konto bei der Sparkasse, dann gehe ich jetzt halt in die nächste Sparkassenfiliale, scheiß drauf, egal, gehe ich da hin. Also, warum wollten wir zur GLS? Das muss ich auch mal sagen, die GLS ist im Prinzip eine sehr sympathische Bank, weil sie sich nämlich bemüht, das Geld ökologisch und sozial korrekt anzulegen. Ja, zum Beispiel eben in Wohnbauprojekte für Sozialwohnungen. Also, die GLS ist jemand, die, oder eine Bank, die grundsätzlich mal so eine Art Sympathiebonus genießt. Deswegen hat zum Beispiel die GFF da auch ein Konto und da kommen wir dann gleich zu, da bin ich nämlich jetzt ähnlich hinten rübergefallen. Aber gut, jedenfalls wollten wir zur GLS und das war nicht möglich. Und dann bin ich halt zur Sparkasse da in der Friedrichstraße, das ist eine große Filiale, das wird ja irgendwie viel möglich sein, ein Geschäftskonto zu öffnen, gehe rein, komme an diesem Willkommensdesk, stehe da, warte, dann kommt die Dame, die Frau, schweigend auf mich zu, sagt nichts. Ich sage, hallo, mein Name ist Philipp Banse, ich würde gerne ein Geschäftskonto eröffnen, guckt sie mich an, geht wortlos zu dem Einbauschrank. Wie sie gesagt hat, nicht etwa, hallo Herr Banse, schön, dass Sie da sind, oder? Wir können Ihnen helfen. Geht wortlos zu dem Einbauschrank hinter ihr, öffnet die Tür, greift rein, holt so eine Karte in der Größe einer Visitenkarte hervor und drückt die mir in die Hand. Ich lese Businessline 03027 bla bla und sie sagt, das ist das Erste, was sie sagt, sie sagt, da können Sie anrufen, die schicken Ihnen die Dokumente. Nicht wirklich. Das heißt, die hat sich ebenfalls kein Konto eröffnen lassen. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein, jetzt stehe ich hier, ich will ein Geschäftskonto öffnen, das ist nicht, das wechselt man nicht alle zwei Tage, so ein Geschäftskonto. Das heißt, ich bin dann erstmal bei euch. Ja, und zwar über Jahre. Die weiß ja noch nicht mal, was das eine Firma, was das für eine Firma, so, naja. Und ich sage, das kann doch nicht wahr sein, warum? Ja, wir sind Privatkundencenter. Ich sage, okay, und wo ist euer Geschäftskontencenter? Ja, da und da. Ich sage, hier, Panko, da bin ich, dann gehe ich da mal hin. Ja, sagt sie, aber der hat schon zu. Der macht um drei zu. Und jetzt ist es 20 nach drei. Ich wäre, ich wäre fast in die, ich hätte fast in die Tür gebissen. Und naja, wir haben telefoniert, du hast meinen Rage mitgekriegt. Und dann letztlich, ja genau, haben wir darüber gerätselt. Dann habe ich halt mit einem Freund gesprochen, der hat so eine Agentur und macht eben auch große, Webseiten, Backend, Frontend für Banken in Deutschland. Und der hat mit seinen Firmen ähnliche Erfahrungen gemacht, ist von Hüns zu Kunst gelaufen. Also alle Banken durch, immer ähnliche Erfahrungen. Und hat dann, seine These war, warum das so schlecht ist, ist, er sagt, die Banken sind dazu nicht in der Lage, weil sie zu viele Abteilungen haben, die an diesem Workflow einer Kontoeröffnung mitreden. Also Rechtsabteilung, dann irgendwie IT-Abteilung, IT-Sicherheitsabteilung etc. Alle pfuschen da drin rum. Alle sagen, das muss noch mit rein und das noch muss noch abgefragt werden und dies noch muss mit reinklemmen und das muss noch mit reingeklemmt werden. Und so kommen dann halt speziell auch im Online-Verfahren halt so Anmeldeprozesse zustande, wo dir die Haare zu Berge stehen, wo du alles zweimal ausfüllen musst und dann nochmal hierhin und dahin und schicken und so. Und es gleichzeitig eben Banken gibt, die im selben Rechtsrahmen existieren. In Deutschland existieren genau wie die Volksbank, Sparkasse, Postbank, Deutschbank, you name it, Commerzbank, sind dann halt andere Fin-Startups, Penta, N26 sicherlich die prominentesten, die im selben Rechtsrahmen völlig okaye Anmeldeprozesse machen. Und so sind wir jetzt halt auch bei einer von diesen Banken gelandet. Und nochmal, wir sagen das jetzt nicht, weil wir jetzt irgendwie hier so zu einer Art Banken-Bashing aufrufen wollen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist eine ehrliche Sorge, wenn die klassischen Banken in Deutschland das so gestalten, so absurd kundenunfreundlich, wie du es jetzt erlebt hast und wie ich es persönlich auch erlebt habe, also um das nur vielleicht in drei Sätzen gleich noch zu sagen, dann wird das nicht funktionieren. Dann werden ihnen einfach Online-Banken total den Markt abnehmen und dann passiert nämlich das, was wir ja heute auch schon erleben, nämlich das Filialsterben. Eigentlich haben ja so klassische Banken wie Sparkassen und Volksbanken gegenüber den Online-Banken einen Riesenvorteil. Sie sind nämlich in der Fläche vertreten. Das heißt, sie haben Filialen und da können wir beiden eigentlich hingehen und da kann natürlich insbesondere vielleicht auch jemand hingehen, der gar nicht so online-affin ist. Ich sage jetzt mal ältere Menschen zum Beispiel, die keinen Bock haben auf Online-Banking, die vielleicht auch unsicher sind beim Online-Banking, denken, da werden sie irgendwie gehackt oder so und die dann halt einfach sagen, ich gehe lieber in die Filiale. Und eigentlich sind mir diese Banken deswegen auch sehr sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Diese klassischen Banken, die einfach in der Fläche vertreten sind, die quasi ein Gesicht haben, wo man einen Bankenmitarbeiter hat, eine Mitarbeiterin, die einen persönlich kennt, wo man auch vielleicht mal anrufen kann und wo die Dinge einfach laufen. Aber diesen Vorteil spielen die natürlich überhaupt nicht aus, Philipp. Du hast es jetzt gerade live erlebt, du bist in zwei Filialen gelaufen und in beiden Filialen hat man dich im Prinzip auf den Webbrowser oder aufs Telefon verwiesen. Und mal ganz ehrlich, so kann man natürlich den Vorteil dieser Präsenz in der Fläche nicht ausspielen, wenn man dann die Leute in der Filiale letztlich nötigt, Online-Banking zu machen. Also das wird nicht funktionieren. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen anekdotisch. Wir haben darüber keine validen Statistiken, aber wir haben einfach den Eindruck, dass Banken da was verpennen. Denn im Online-Bereich, also die klassischen Banken, im Online-Bereich läuft es nämlich auch nicht besser, dass vielleicht nur in drei Sätzen noch, ich mache ja bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte auch unsere IT, und wir haben eigentlich ein sehr schönes System, wo irgendwie unsere Umsätze automatisch in so eine Web-Applikation fließen und wo wir zum Beispiel auch die Lastschriften dann in einem solchen sogenannten Sammler einreichen können bei der Bank. Die Lastschriften sind in einer Datenbank, daraus generieren wir so eine XML-Datei, die lädt man hoch bei der Bank, gibt die mit einer TAN frei, so können wir 50 Lastschriften spenden für die GFF, einziehen mit einer TAN, mit einer Transaktion. Ging bis Ende Juli. Dann hat die GLS das Rechenzentrum gewechselt und ohne die Kunden vernünftig zu informieren und insbesondere ohne vernünftig Druck zu machen auf das neue Rechenzentrum, das sie einen ordentlichen Service anbieten, wurde die Funktion, dass man so Sammler einreichen kann, einfach gestrichen. Also wir können ja zwei Sammler einreichen, die tauchen dann aber, wenn sie 50 Lastschriften enthalten, nicht mehr als 50 Lastschriften auf dem Kontoauszug auf, sondern als einen Betrag. Sie haben insgesamt 50 Lastschriften für zusammen, keine Ahnung, 2000 Euro eingezogen. Das hilft aber natürlich nicht, weil wir den Menschen ja hinterher Spendenquittungen ausstellen müssen. Das heißt, wir brauchen natürlich die Lastschriften als einzelne Beträge auf dem Kontoauszug und nicht als Sammler. So, diese Sammlerauflösung hat immer wunderbar funktioniert. Jetzt hat aber die GLS zu irgendeiner Truppe namens Fiducia gewechselt. Und Fiducia war keiner immer, keine Ahnung, wo dieser Name, der irgendwie nach Vertrauen klingt, herkommt. Jedenfalls die machen keinen guten Job. Die haben nämlich einfach diese Sammlerauflösung nicht mehr im Angebot. Und da kannst du auch anrufen, so viel du willst du, geht nicht. Und irgendwann hatte ich dann einen sehr netten Onliner an der Strippe und der sagt mir in aller Offenheit, das ist unser Haupt-Support-Problem. Hunderte Firmen rufen hier an, unsere Buchhaltung funktioniert nicht mehr. Was habt ihr gemacht? Ja, haben sie halt einfach das Rechenzentrum gewechselt zu einem Anbieter, der eine zentrale Funktion nicht unterstützt. Und da kann ich nur sagen, so läuft es halt nicht. Leute, ihr müsst euer Banking aus der Perspektive der Kunden betrachten. Gerade wenn ihr nicht irgendeine Online-Bank seid. Gerade wenn ihr eigentlich eine sympathische Bank mit Präsenz in der Fläche sein wollt. Dann müsst ihr alles, was ihr tut, aus der Perspektive betrachten. Ist das für die Menschen nice oder ist das für die Menschen nervig? Und ganz ehrlich, eine Funktion zu streichen, wo hunderte Kunden darauf angewiesen sind, damit ihre Buchhaltung funktioniert, das ist ein No-Good. Das geht nicht. Dann kannst du halt das Rechenzentrum nicht wechseln, wenn Fiducia zu doof ist. Eine Sammlerauflösung. Anderes Beispiel ist auch von einer Freundin. Die wollte bei der Berliner Sparkasse Kontoauszüge wegen einer Familiengeschichte haben. Aus vier Jahren ungefähr, 12 bis 16. Und das ging online schon mal nicht. Warum auch immer. Ging halt nicht. Ein paar Zahlen aus einer Datenbank abrufen und auf Papier darstellen, war irgendwie nicht möglich. Ist sie in die Filiale gegangen. Hieß es, kostet 600 Euro. 600 Euro für diese vier Jahre Kontoauszüge. Beim ersten Besuch hieß es, ja, geht nicht, weil ich weiß gar nicht, wie das geht. Mal sehen, vielleicht, ach nee, geht doch nicht. So, kommen sie morgen noch mal wieder. Dann ist sie zwei Tage später noch mal wiedergekommen. Dasselbe noch mal. War eine andere Sachbearbeiterin, hat gesagt, ja doch, können wir machen. Kostet halt 600 Euro. Ja, bitte tun Sie. Dann ist sie mit den Kontoauszügen nach Hause gegangen. Wenig später kam die Rechnung nicht über 600, sondern über 1200 Euro. Zweimal Kontoauszüge. Weil sie natürlich das erste Mal irgendwie schon auf irgendeinen Knopf gedrückt hatten, wo dann schon 600 Euro drauf stand. Dann hat sie einen Riesenwirbel gemacht. Dann musste sie doch nur 600 Euro zahlen. Ich habe, wie gesagt, den Deutschen Sparkassen- und Giroverband um Stellungnahme gebeten und auch die Berliner Sparkasse zugegebenermaßen mit einer sehr kurzen Frist hier vor unserer Sendung. Deswegen konnten die vielleicht realistischerweise noch nicht antworten. Wenn sie das tun, werden wir das nachtragen. Aber ich kenne die Frau sehr gut und habe wenig Zweifel daran, dass das so stimmt. Warum das so ist, warum man Kontoauszüge nicht einfach online klicken kann, ist mir ein absolutes Rätsel. IT-mäßig kann das nicht ein Problem sein. Notfalls kann das ja eine E-Mail generieren intern. Irgendwas. Wenn es keinen automatisierten Flow gibt, dann kann dann ja auf diese Online-Bestellung hin ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin tätig werden. Die Zahlen liegen garantiert vor. Es sind ein paar Zahlen aus einer Datenbank auf einem Papier drucken. Das kann nicht so schwer sein. Und da ist also viel zu tun. Mich würde mal interessieren, wie ihr das seht, ob ihr interne Einblicke habt, warum sich die deutschen Banken da so schwer tun. Wie gesagt, warum sie diese riesen Vorteile der Präsenz in der Fläche, der Kundennähe nicht ausspielen. Und online auch so schlecht sind. Wie gesagt, mein Freund da sagt halt, sie sind halt strukturell dazu nicht in der Lage. Sie wissen alle, dass N26 und Penta und so natürlich online viel, viel besser sind, viel, viel besser funktionieren. Gut, die hatten auch ihre Sicherheitsprobleme. Also N26 kann man nur mit Vorbehalt empfehlen. Da gibt es Riesenprobleme. Da haben sie Sicherheitsprobleme, aber das ist sozusagen, sagen wir mal, das ist ein anderes Paar Schuhe. Security, man kann diese Prozesse, so wie sie sie machen, wahrscheinlich machen und trotzdem sichere Verfahren anbieten. So, warum das nicht passiert, wie gesagt, er glaubt aus seiner Binnensicht, dass die dazu nicht in der Lage sind. Also da muss ich, nochmal, mir ist das ganz wichtig, dass das hier nicht rüberkommt wie ein Bankenbashing. Wir sagen das quasi als Freunde dieses klassischen Bankensystems und sagen euch Leute, the writing is on the wall. Ja, also so wie ihr das momentan macht, geht das den Bach runter, einfach weil die Menschen total frustriert sind und weil ihr die Leute einfach nicht glücklich macht. Versucht euer Banking und auch euer Onlinebank so zu stricken, dass es Freude macht, dass man froh ist, bei euch zu sein. Wie gesagt, nochmal GLS ist mir ja eigentlich sympathisch wegen der bestimmten Anlagestrategien, die die haben, aber es muss halt auch funktionieren. Wie gesagt, ich hatte dann irgendwann einen sehr netten Onliner an der Strippe, der sagte, wir bemühen uns ja, dass wir diese Sammlerauflösung wieder hinkriegen und vielleicht hilft ja unser Barter in der Lage dazu, dass dieses Fiducia-Rechenzentrum aus dem Winterschlaf aufwacht. Wir haben ja jetzt die Wahlen in Brandenburg und Sachsen vor der Brust und da wird die AfD aller Voraussicht nach sehr, sehr viele Stimmen einfahren und es stellt sich, glaube ich, so krass wie noch nie die Frage, wie demokratisch, demokratisch hergesinnte Parteien sich zu der AfD stellen. Inwieweit sind sie bereit, der AfD in die Regierung zu verhelfen? Und da hattet ihr in den Kommentaren zu einer der letzten Sendungen ein Buch empfohlen, was ich gelesen habe. Ich glaube, du hast das auch zumindest angefangen zu lesen. How Democracies Die heißt das und das ist von Steven Levitsky und Daniel Zieblatt und kann ich euch nur empfehlen. Ist halt so ein bisschen amerikanisch. Na klar, wiederholt sich viel und so, aber die machen schon ihren Punkt und da geht es ganz wesentlich darum, wie demokratisch gesinnte Kräfte auf autoritär gesinnte Kräfte in Demokratien reagieren können. Die sagen, ja, Demokratien sterben auch noch durch Putsch und Militär und Gewalt und Aufstand, aber viel häufiger sterben Demokratien von innen heraus, weil, 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 ja, autoritäre Kräfte mit demokratischen Mitteln an die Macht kommen. Nicht immer sind sie als solche zu erkennen, oft aber schon und dann anfangen die demokratischen Institutionen auszuhöhlen. Also sie haben da auch so einen Index entwickelt, wie kann man autoritäre Herrscher erkennen frühzeitig, diskreditieren die Institutionen, werten die Gegner ab, erkennen politische Gegner nicht mehr als legitime Gegner an, sondern werten sie als kriminelle Volksfeinde etc. ab, dasselbe machen sie mit Gerichten, sie zweifeln sozusagen die Grundpfeiler des demokratischen Gewaltenteilungssystems an etc. Wenn man das liet, kommt man sehr schnell darauf, dass Donald Trump da durchaus im Fokus war. Was ich aber interessant fand und was könnte man hier mal diskutieren, ist die Frage, die sie da aufwerfen und ihre These ist, wenn solche autokratischen Kräfte innerhalb von Demokratien nach oben kommen, ist es ihrer Meinung nach immer die Aufgabe der demokratischen Kräfte, diese antidemokratischen autoritären Kräfte auszugrenzen. Sie sagen, jedes Mal, wenn demokratisch gesinnte Parteien versucht haben zu sagen, ja, die hegen wir ein, die zähmen wir, die binden wir ein und dann werden sie ihre zerstörerische Kraft vielleicht nicht verlieren, aber zumindest gemindert sehen. Sie sagen, in den allermeisten Fällen ist das gescheitert. Hitler ist das Paradebeispiel dafür, aber sie nennen halt auch viele andere Beispiele aus Südamerika, wo das misslungen ist und sie fordern die demokratischen Kräfte auf, im Zweifel ihre inhaltlichen Differenzen zurückzustellen und zu sagen, hier geht es nicht um höher Mieter, weniger Miete, mehr Sozialhilfe, weniger Sozialhilfe, sondern hier geht es darum, überlebt unsere Demokratie, ja oder nein. Das heißt, da geht es quasi mal ums Eingemachte und da muss man dann quasi den Parteienstreit jedenfalls zeitweise zurückstellen, um einfach ganz deutlich zu machen, die sind keine normale Partei, die sind deswegen keine normale Partei, weil es eben nicht darum geht, demokratisch legitime Alternativen aufzuzeigen, sondern weil es darum geht, die Demokratie als solche in Zweifel zu ziehen und kaputt zu machen. Und Görlitz ist ein ganz klassisches Beispiel, das musste ich sofort denken, wo sich anbahnte, dass ein Mann von der AfD Bürgermeister wird und die Parteien in Görlitz gesagt haben, wir tun uns zusammen, schließen uns hinter einem Kandidaten zusammen, hier mit von der, wie heißt der von der Kellen, der österreichische, von der Bellen, da war das ja ähnlich so strukturell, ja, dass ein Mann von der FPÖ kandidierte und eben fast Präsident geworden oder wie heißt das, Bundeskanzler geworden, nee, Bundespräsident geworden wäre und die Parteien, die beiden Großen gesagt haben, okay, wir stellen uns hinter den Grünen, ja, eigentlich nicht unser Mann, aber in diesem Fall machen wir es doch. Das wird in dem Buch als positives Beispiel genannt und das ist, finde ich, durchaus interessant, jetzt auch vor dem Hintergrund, wie gehen wir mit der, mit der AfD um und einen Punkt, wollte ich auch noch einstimmen, den Sie machen, ist, wo Sie sehr viel Wert drauflegen ist, auf diese, auf zwei, sagen wir mal, kulturelle Praktiken, mit denen Demokratien überleben. Das eine ist, Respekt vor dem politischen Gegner, also sozusagen die, die, die Akzeptanz, dass der politische Gegner legitim ist, dass er kein Feind des Volkes ist, dass er kein Krimineller ist, den man vielleicht einsperren kann oder so oder sollte, sondern, dass es eine legitime Gegnerschaft gibt, das ist das eine und das andere ist, und das fand ich auch ganz interessant, dass eine Demokratie nur überleben kann mit bestimmten, sagen wir mal, Traditionen. Gesetze können so ein komplexes System wie eine Demokratie nie bis ins Letzte regeln und jeder Akteur, jede Akteurin in diesem System muss ein gewisses Maß an Selbstbeschränkung eingeatmet haben, denn wenn Träger bestimmter Positionen, also die erklären das immer an der amerikanischen Verfassung, wenn der Präsident alle Rechte, die er hat, bis ins Letzte nutzt, funktioniert das System nicht mehr. Wenn der Senat und der Kongress seine Rechte nutzt, Impeachment ist der klassische Beispiel. Ja, du brauchst, du musst halt Kompromisse finden. Du musst Kompromisse finden, aber wenn diese Institutionen, ihre Rechte und ihre ganze Macht, die ihnen gegeben wurde, bis ins Letzte in jedem Fall ausnutzen, argumentieren sie, funktioniert das System nicht mehr, gerät das außer aus dem Gleichgewicht. Ja, ist ja auch so. Ja, wenn der Kongress bei jedem Mal, er hat das Recht, den Präsidenten zu impeachen, also des Amtes zu entheben, ja, wenn Senat und irgendwie Abgeordnetenhaus eben sich einig sind, aber im Prinzip könnte er das bei jeder Frage machen. Ja gut, aber ich finde, das ist natürlich ein zentraler Punkt, den du jetzt machst, dass man seine Rechte quasi mit einer Art Rücksicht auf die Funktionsfähigkeit des Systems im Ganzen ausüben muss, aber ich glaube, das ist nur ein Teilaspekt. Das größere Thema, um das es eigentlich geht, ist eben, dass eine Demokratie ohne Demokraten nicht funktioniert und was ich damit meine ist, man braucht Menschen, sowohl bei der wählenden Bevölkerung als auch bei den, quasi bei den politisch Aktiven, man braucht da jeweils Menschen, die das politische System im Großen und Ganzen gut finden und die daran mitwirken, die Legitimität dieses Systems und auch das Ansehen dieses Systems bei der Bevölkerung zu stärken. Das heißt, man muss, es braucht im Grunde einen Grundkonsens über demokratische Spielregeln, über demokratische Kultur, über zum Beispiel auch die Kultur des Diskurses, über die akzeptanzgerichtliche Entscheidung und das eigentliche Problem, weswegen zum Beispiel die AfD eine, aus meiner Sicht, demokratiefeindliche Partei ist, weil sie diese Legitimität der in einer Demokratie wesentlichen Institutionen in Zweifel zieht. Also, du hast es eben schon in Stichworten angedeutet, sie delegitimiert den politischen Gegner, Systemparteien, die klassischen Parteien, die Altparteien, sie delegitimiert die Medien. Es sind im Grunde alles Lügenmedien, was nicht gerade AfD-nahe Hetzblätter oder Hetzblock sind. Das heißt also, diese ständige Delegitimierung anderer Akteure im System, dieses Sich-Präsentieren als die eigene, als die einzige legitime Alternative ist im Kern demokratiefeindlich. und da kann man jetzt nicht... Weil es nicht darum geht, dieses und jenes Medium hat in dem Fall einen Fehler gemacht. Nein, sondern es geht darum, das kaputt zu machen. Die haben nicht das Recht zu existieren, wir wären besser dran, wenn es sie nicht gäbe. Ja, und das sagen die ja in aller Offenheit. Ja, öffentlich-rechtlicher Rundfunk soll ja abgeschafft werden, wenn es nach der AfD geht. Freiwilliger Rundfunksbeitrag und so. Also, das ist alles Hanebüchen, was die so vorschlagen und deswegen würde ich sagen, ist das demokratiefeindlich, weil sie eben systematisch daran arbeiten, alle möglichen Institutionen kaputt zu machen. Sie versuchen zum Beispiel auch Gerichtsentscheidungen zu delegitimieren. Also, wenn jetzt nicht irgendein, wenn ein Gericht jetzt zum Beispiel mal dazu kommt, dass, keine Ahnung, irgendein Migrant, der vor Gericht steht, nicht verurteilt werden kann, was glaubst du, was dann los ist in rechten Blocks? Irgendwie Kuscheljustiz oder weiß der Himmel was. Das heißt also, es werden ständig andere Akteure, die in diesem demokratischen System mit den drei Gewalten plus Presse als sogenannter Viertergewalt eine Rolle spielen, delegitimiert, als Idioten dargestellt, als Feinde des Volkes und so weiter. Und das würde ich als demokratiefeindlich bezeichnen. Und ein Argument, was die in dem Buch auch noch bringen, finde ich, was auf Trump zutrifft, was auf viele Autokraten zutrifft, was, finde ich, aber auch auf Teile der AfD zutrifft und wo man, finde ich, sie auch ganz gut mit kritisieren kann, ist dieses Momentum, dieser Reflex, dass autokratisch gesinnte Politiker und Politikerinnen demokratische Prozesse als Last empfinden, als Kompromisse, als, sagen wir mal, eine Mechanik, die sie zurückhält, die dazu beiträgt, dass wir nicht vorankommen, dass sie das Gefühl haben und auch so argumentieren, dass diese komischen Bräuche und Gesetze und Institutionen uns, die wir, die Stimme des Volkes sind, davon abhalten, jetzt mal das Richtige zu tun und durchzusetzen. Endlich. Und durchzusetzen. Durchregieren. Durchregieren. Und da fehlt einfach die Einsicht, dass Demokratie Kompromiss, sagen wir mal, geschwängert ist und das ist komplex und mit viel Reibungssätze verbunden ist. Das ist einfach so. Und wenn das nicht akzeptiert, sondern sagt, wir müssen das alles abschaffen, das muss hier schneller gehen und damit wir durchregieren können, das sind autokratische Züge. In dem Fall würde ich dazu appellieren, Stichwort Sachsen-Brandenburg, liebe demokratisch gesinnte Parteien, schließt euch zusammen und verhindert, dass die AfD an die Regierung kommt. Ja, also mit anderen Worten, mit denen darf man einfach nicht zusammenarbeiten, weil es da nicht um Sinn, um Einzelfragen geht, sondern es geht der AfD darum, dieses System als solches kaputt zu machen, weil sie ein autokratisches System will, wo dann irgendwie der Volkswille angeblich besser zur Geltung kommt. Und das kann man als demokratische Partei einfach nicht mitmachen. Und das ist natürlich eine große Verantwortung. Das wird nicht immer einfach werden. Da wird es auch echt schwierige Situationen geben, wo es dann eben nicht so ganz einfach ist, Mehrheiten zu finden. Aber da muss man dann möglicherweise unkonventionale Wege finden. Da muss man eben notfalls auch mal eine Minderheitsregierung bilden und hoffen, dass der ein oder andere AfDler mitstimmt. Oder ich weiß es nicht. Es wird eben einfach schwierig werden. Aber eins ist klar, die darf man in gar keiner Weise akzeptieren als eine normale Partei. Und das ist, glaube ich, damit ist schon der erste zentrale Fehler getan, wenn man die für eine normale Partei hält. Es geht nicht darum, dass die AfD irgendwelche anderen Inhalte vertritt. Es geht darum, dass sie das System als solches kaputt machen. Und eine Regierungsbeteiligung bedeutet immer eine Normalisierung. Genau. Und dabei darf man finde ich nicht mitmachen. Das geht nicht. Wir haben noch ein bisschen Feedback zur letzten Sendung. Da haben wir gesprochen über die Abfragprämie, die, who knows, was draus wird, von AKK vorgeschlagen worden war, also für Ölheizung. Und wir hatten darüber gesprochen, ja, vielleicht eine gute Idee. Was aber sollte man denn stattdessen fördern? Und wir hatten gesagt, aktuell werden immer noch Ölheizungen gefördert. Ja, sehr effiziente sogenannte Brennwertkessel, wo also die Hitze der Abgase wiederum benutzt wird, um Wasser zu erhitzen. Aber es bleibt dabei, es wird Öl verbrannt. Und da wollten wir hier nochmal einen Punkt machen. Das ist keine gute Idee. Es werden auch schon bessere Systeme gefördert, aber die müssten a, stärker gefördert werden und b, sollten eben keine Heizungssysteme mehr gefördert werden, die Gas oder Öl verbrennen. Und da war von euch auch nochmal darauf hingewiesen worden, dass es natürlich durchaus sehr moderne und sehr klimafreundliche Heizsysteme gibt, auf die wir letztes Mal nicht so ausführlich eingegangen sind. Deswegen das hier nochmal ganz kurz der Vollständigkeit halber. Ich habe auch nochmal mit einem Forscher vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung dazu kurz telefoniert. Und der hat das im Kern auch nochmal bestätigt, das, was er in den Kommentaren abgeworfen hat. Nämlich, dass eigentlich zum Beispiel eine sehr, sehr klimafreundliche Heizmethode die Wärmepumpe ist. Also da ist die Idee, dass es eine Wärmequelle gibt, natürlicher Art, meistens Erdwärme oder das Grundwasser. Grundwasser denkt man erst, es ist nur 10 Grad warm, ja, ist kalt, aber steckt eben immer noch genug Wärmeenergie drin, die man rausziehen kann, um dann damit Wasser und Heizung im Haus zu betreiben. Oder dass die Hitze kommt eben, ja, zum Beispiel aus dem Grundwasser oder eben aus der Wärme der Erde oder wird eben unterm Rasen verlegt und ist dann letztlich auch so eine Art Erdwärme. Und die Wärmepumpe ist halt letztlich elektrisch betrieben und da wird halt die Wärme aus dem einen Medium Wasser, Erdwärme, rausgeholt und auf das andere Medium Wasser für den Heizungskreislauf oder das Suchwasser im Haus übertragen. Und dazu wird halt ein bisschen Ökostrom im Idealfall natürlich benutzt, um diese Luft oder das Kühlmittel zu komprimieren und noch weiter zu erhitzen und so die Wärme zu übertragen. Also Wärmepumpe ist eine gute Idee. Ja, und da deswegen an dieser Stelle, also mir tut das ehrlich gesagt ziemlich leid, als ich die Kommentare gelesen habe, ist mir das ein bisschen peinlich, ehrlich gesagt, dass wir da so in einem Nebensatz Alternativen zum Öl und Gas so ein bisschen vom Tisch gewischt haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das war an der Stelle nicht gut von uns. Oder ich jedenfalls finde das nicht gut. Ich habe das, glaube ich, sogar gesagt in der letzten Folge. Ich finde, das hätten wir klarer machen müssen, dass es eben viel bessere Energien gibt als auch moderne Öl- und Gasheizung. Insofern wäre die Forderung aus ökologischer Perspektive, dass eine Abwrackprämie nur dann gezahlt werden darf, wenn statt Öl und Gas eben andere Heizmedien regenerative Energien zum Einsatz kommen. Genau. Also die Wärmepumpe ist eins idealerweise noch kombiniert vielleicht mit Ökostrom natürlich. Also das darf jetzt kein Kölestrom sein, mit dem die Wärmepumpe betrogen wird. Aber man kann sich auch noch Solarthermie aufs Dach installieren. Also das ist eine Technik, wo Wasser durchgepumpt wird, das dann von der Sonne erwärmt wird zum Duschen oder zum Heizen. Dann muss man natürlich immer sagen, so was ist aber teuer. Also Erdwärme zu installieren ist, weiß ich jetzt nicht. Sehr unterschiedlich, je nach Verfahren. Da gibt es ja alle möglichen. Also das war nämlich ja zum Beispiel auch, wenn man so ehrlich ist, unsere Idee. Da muss man jetzt auch mal deutlich gegenhalten. Wir dachten, das ist alles wahnsinnig teuer und kompliziert. Das stimmt eben auch nicht unbedingt. Es gibt sehr unterschiedliche Beispiele. Also wir hatten da in den Kommentaren auch Rechenbeispiele, wo nur einige tausend Euro fällig geworden sind. Also insofern, man kann auch nicht mal sagen, dass es so wahnsinnig teuer ist. Und da würde ich zum Beispiel sagen, das ist doch letztlich gerade eine Frage der politischen Steuerung. Dann sollte man eben die Abwrackprämie ganz konsequent nur noch für CO2-neutrale Heizverfahren zahlen. Und dann sagen, dann zahlen wir lieber nicht 100.000 Leuten eine Abwrackprämie, sondern nur 20. Die kriegen dann aber vielleicht mehr Geld, damit sie sich eine wirklich ökologisch gute Lösung leisten können. Ja, Beispiel. Ich habe gerade mit einer Freundin telefoniert. Die hat sich in Buchholz südlich von Hamburg ein kleines Reihenhaus gekauft, 90 Quadratmeter, hat sie kernsaniert. und war noch ein Ölkessel drin, hat sie rausgerissen. Was macht sie rein? Eine Gastherme. Ja. Ist, sagen wir mal, besser als nix. Aber nicht cool. Aber es ist nicht das Geilste, was du kriegen kannst. Warum war ihr zu teuer? Und wenn man da... Ja, das kann nicht sein. Ja gut, aber wenn man da dann eben sagt, hey, du reißt die Ölheizung raus, dann machen wir das eben für dich so attraktiv, eine Wärmepumpe, Erdwärme oder sowas einzubauen, dass du da eben nicht überlegen musst, ob du da nochmal eine Gastherme einbaust oder lieber doch eine Wärmepumpe. Genau. Also das wären doch sicherlich die Ansätze, wo so eine Abwrackprämie durchaus Sinn machen könnte. Ich habe hier den Mann vom PIC auch nochmal gefragt, wie das ist mit Holz. Und er sagt, naja, Holz ist halt CO2-neutral, weil beim Wachsen nimmt die Pflanze halt CO2 aus der Luft und beim Verbrennen kommt sie halt wieder in die Luft. Aber da hängen halt so viele Fragezeichen dran. Wie ist das mit dem Feinstaub? Wie ist dieses Holz angebaut? Wie nachhaltig ist es angebaut? Wie weit wird es transportiert? Wenn alle mit Holz heizen, haben wir enormen Holzverbrauch. Lässt sich das nachhaltig gestalten? Also da hängen doch eine Menge Fragen dran. Ja, aber jedenfalls ganz wichtig, wenn man schon Abwrackprämie zahlt oder ähnliche Subventionen, dann sollte das, was dann ersatzweise angeschafft wird, auch wenigstens ökologisch sein. Insofern, wir geloben da Besserung, werden das Thema Wärmetauscher mal so ein bisschen oder ein bisschen besser auf dem Schirm behalten und uns dann noch ein bisschen weiter schlau machen. Ja, in diesem Sinne würde ich denken, ist die Laak-Deneration ausführlicher Art. Philipp und ich sind auch gut durch. Ja, ist schön heiß hier auf dem Chaos Communication Camp. Und wir haben dir extra einen Lüfter hingestellt. Ja, wir haben extra einen Ventilator, den haben wir nur für die Soundqualität abgestellt. Und das führt dazu, dass ich jetzt jedenfalls schon mal so medium-rare bin, würde ich denken, Philipp. Bei dir weiß ich noch nichts. Wir machen jetzt jedenfalls Schluss mit dieser Sendung. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Nächste Woche Hamburg. Genau, freuen uns auf die Lage live in Hamburg am kommenden Samstag. Freuen uns aber auch bis dahin auf eure Kommentare. Wünschen euch ein schönes Wochenende. Genießt den Hochsommer und bleibt uns gewogen. Und macht die Umfrage. Und macht die Umfrage, ganz wichtig. Die Umfrage, die ihr nämlich findet. Umfrage.audio-Lage. Umfrage.audio-Lage. Findet ihr in den Show Notes. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Winke, winke. Und tschüss. Tschüss. Musik 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 Vielen Dank.